Der Totenwald von Bialovieza. Szenen vom Kampf der Heeresgruppe Mitte zu Beginn des Russlandfeldzuges. Der Totenwald von Bialovieza. Der Totenwald von Bialovieza. Szenen vom Kampf der Heeresgruppe Mitte zu Beginn des Russlandfeldzuges. Zur Rollbahn nach Moskau galt es mit schnellen Panzer- und Infanterieverbänden die Verbindung mit der Heeresgruppe Nord aufzunehmen und die dort kämpfenden sowjetischen Verbände im Raum Leningrad einzukessen. Der deutschen Heeresgruppe Mitte stand auf sowjetischer Seite eine etwa gleich starke Kräftegruppierung unter dem Befehl von Marshal Timoschenko gegenüber. 38 Schützendivisionen, 8 Kavaleriedivisionen und 12 Mottmechanische Panzerbrigaden. Zwei Drittel dieser Kräfte lagen im Grenzraum von Bialovieza, das letzte Drittel bei und vor Minsk. Diese gewaltige Streitmacht traf der deutsche Blitz völlig unvorbereitet und mit der ganzen Wucht eines technisch und organisatorisch bis ins Detail geplanten Angriffsschlages. Die sowjetischen Grenzbefestigungen wurden schon im ersten Sturmlauf niedergekämpft. Kam es da und dort dennoch zu erbittertem Widerstand, griff die deutsche Luftwaffe ein und dann heulten Bomben zur Erde herab. Die meisten sowjetischen Grenzlanddivisionen gerieten in Panik. Für zusätzliche Verwirrung sorgten sich schnell ausbreitende Gerüchte. So hieß es unter anderem, die sowjetische Westfront sei total zusammengebrochen. Moskau denke bereits an Kapitulation. Millionen von Soldaten und Zivilisten hatten den staatlichen Rundfunk eingeschaltet. Sie warteten auf eine Erklärung Stalins des sowjetischen Oberbefehlshabers. Doch Moskau hatte Funkstille. Die Moral der sowjetischen Grenztruppen erreichte einen Tiefstand, wie er schlimmer nicht hätte sein können. Von hohen Menschen und Materialverlusten war die Rede. Vor allem bei den Infanterieeinheiten, die den Angriffen der deutschen Panzer und Artilleriewaffe mehr oder minder schutzlos ausgesetzt waren. Ganze Regimenter lösten sich auf. Tausende von Zivilisten flohen, verstopften die wenigen Rückzugstraßen. Ziel des militärischen und zivilen Rückzugstromes war die Berlesina. Dort, hoffte man, gab es Auffangräume. Eine starke Widerstandslinie, an der sich die vorwärts drängenden Deutschen die Köpfe einrennen würden. Im Gefecht stammt es in der Welt. Im 4. Russischen Korps wartete ungeduldig Generalmajor Potaturtschew, Kommandeur einer Panzerbrigade, auf den kommandierenden General Hotzkilewitsch. Potaturtschew tat das schon über eine Stunde. Endlich fuhr vor dem Gefechtstammt ein Wagen vor. Der diensthabende Ordonansoffizier rannte zur Tür des Blockhauses, blickte nach draußen und rief, »Der Genosse kommandierender General!« Generalmajor Hotzkilewitsch betrat den Gefechtsstand. Sein gerötetes Gesicht zuckte, als er den Gruß des Divisionskommandeurs erwiderte. Er warf seine Mütze auf den Tisch und sah Potaturtschew mit einem Blick an, als seien ihm alle Fälle weggeschwommen. »Gibt es Probleme, Genosse kommandierende?«, fragte der Brigadekommandeur. Hotzkilewitsch wischte sich mit dem Taschentuch den Schweiß von der Stirn. »Ich komme eben von der Armee, Potaturtschew, wir haben Krieg mit Deutschland!« Im ersten Moment glaubte Generalmajor Potaturtschew, sich verhört zu haben. »Krieg mit Deutschland!« Es stimmte also doch, was man sich hinter vorgehaltener Hand zugeflüstert hatte. Das nämlich, dass die deutschen Armeen an den sowjetischen Grenzen aufmarschiert seien. »Was für Befehle haben Sie für mich?«, fragte der Kommandeur der 4. Russischen Panzerbrigade. »Gar keine!«, antwortete der kommandierende General. »Wir müssen warten!« Potaturtschew zog die Stirn in Falten. »Der Krieg ist ausgebrochen, und wir sollen warten? Das kann doch nicht Ihr Ernst sein!« In diesem Augenblick trat ein Offizierskurier in den Raum. Er übergab dem kommandierenden General einen Umschlag. Absender, Oberkommando der Westfront. Der Generalmajor drehte das Kuvert unschlüssig zwischen den Fingern. Dann sagte er, »In diesem Kuvert befindet sich wahrscheinlich der Mobilmachungsbefehl.« »Und?«, fragte Potaturtschew, »öffnen Sie es doch!« Hotzkilewitsch schüttelte den Kopf. »Ich darf das Kuvert erst öffnen, wenn das Kotwort durchgegeben wird. Befehl der Armee.« »Aber Sie kommen doch eben von der Armee,« wendete Potaturtschew ein. Der andere zuckte mit den Schuhtern. »Trotzdem, ich muss das Kotwort abwarten, Befehl des Hauptquartiers, damit keine Irritationen entstehen.« »Das ist ja nicht zu fassen,« erregte sich Potaturtschew, »da haben die Deutschen sicherlich schon unsere Grenzen überschritten, und wir warten auf das Kotwort.« »Befehl ist Befehl,« sagte Hotzkilewitsch eisig. »Wenn ich dem Befehl zuwiderhandle, mache ich mich strafbar.« Er runzelte die Stirn, las und sagte, »Befehl, zehnte Armee, Alarm. Vorgesehene Stellungen sind unverzüglich zu beziehen.« In Potaturtschews Gesicht spiegelten sich Unverständnis und Ratlosigkeit. »Ist das alles vorgesehene Stellungen beziehen?« »Habe ich mich nicht deutlich genug ausgedrückt?« Potaturtschew gab sich mit dem sogenannten Mobilmachungsbefehl nicht zufrieden. »Was heißt das, vorgesehene Stellung beziehen?«, bedrängte er den Krohkommandeur. »Soll das etwa heißen, dass wir keinen Gegenangriff fahren?« »So ist es,« erwiderte General Major Hotzkilewitsch. »Und im Übrigen werden Sie die Befehle der Armee ausführen, ist das klar?« Potaturtschew nickte und stürmte wütend aus dem Chorgefechtsstand. Der Bataillonsgefechtsstand lag in einer Talsenke. Drei Bauernhäuser am Südhang, ein paar Obstbäume, niedriges Gestrüpp. Die einzelnen Führungsorgane des Bataillons lagen verstreut in Fliegerdeckung. Unter den Obstbäumen in tiefen Schützenlöchern die Fernsprecher. Sie hatten die Drahtverbindung zu den vordersten Kompanien schon hergestellt. Oberlein Antissen, Chef der vierten Kompanie, hörte, wie die Fernsprecher ab und zu die Leitungen überprüften. »Hier, Siegfried I. Ist dort Marianne III? Bitte Leitungsprobe! Zurückläuten!« »Danke! Ruf kommt an! Ende!« An der feindwärtsabgewandten Seite eines Hauses lagen die Funke auf Zeltplanen und Dösten vor sich hin. Die Meldestaffel hatte der Ordonanzoffizier so gut verteilt, dass Tissen sie nicht erkennen konnte. Und der Pkw, der Panzerjäger, stand ebenfalls gut getarnt an einer Hauswand. Oberlein Antissen wandte den Blick nach links. Ein Obergefreiter vom Infanteriegeschützzug lief eilig und wichtig-tuerisch mit einem E-Messer, einem Entfernungsmesser durch die Talmulde. Am Helm trug er Blätter und Zweige, die mit einem Gummiring festgehalten wurden. Tissen schmunzelte. Das sah alles ein bisschen zu kriegsmäßig aus, als dass es echt gewirkt hätte. Aber es war echt. Gefechtswidrig verhielten sich eigentlich nur die Offiziere, die rauchend und palavernd herumstanken und so taten, als gehe das Regiment nicht in einen schweren Eingriff, sondern befinde sich auf irgendeinem Truppenübungsplatz. Inzwischen waren alle Kompaniechefs im Bataillonsgefechtsstand eingetroffen, hatten ihre Bereitstellung gemeldet, und Major Türk, der Bataillonskommandeur, hatte die Meldungen mit gespielter Ruhe und Gelassenheit entgegengenommen. Jetzt winkte er die Kompaniechefs herbei und sah auf sein Handgelenk. »Mein Herren, Uhrenvergleich«, rief er. »Es ist genau 10 Uhr 21 Minuten. Angriffsbeginn Punkt 11 Uhr.« Automatisch sahen alle auf die Uhren. »Blödsinn! Man hatte die Zeit schon viermal verglichen.« In der Ferne kleckerten einige Maschinengewehre. Es waren russische. Hin und wieder war auch das Bersten einer Granate zu hören. Ansonsten herrschte eine fast friedliche Stille. Oberleutnant Hesse, Chef der Reservekompanie, groß gewachsen, schlagsig, mit einem Asketengesicht, trat neben Tissen. Alles da. Eigentlich fehlt nur noch der Schiedsrichter, der diese Offiziersversammlung mit einem Knallkörper auseinandersprengt. Hesse hatte nicht laut gesprochen, aber Major Türk bekam die spöttische Bemerkung dennoch mit. »Sie haben ganz Röchter, Hesse«, wandte er sich an den Chef der Reservekompanie. »Ein Saustall ist das.« »Lust, mein Herrn, sehen Sie zu, dass Sie zu Ihren Kompanien kommen. Und für den Angriff? Hals- und Beinbruch.« Hesse zog Tissen mit sich fort. Sie waren seit langem befreundet und hatten beide bei demselben Bataillon den Frankreich-Feldzug mitgemacht. »Was hältst du von der Sache?« »Rauchen wir noch eine?« »Du hast noch etwas Zeit«, sagte Hesse. »In Ordnung, Felix, gehen wir rüber zum Nordhang.« Dort lag die vierte Kompanie. Stand man oben auf dem Hang, konnte man fast den ganzen Bataillonsabschnitt übersehen, der im Osten wieder auf eine Anhöhe stieß. Auf der gegenüberliegenden Seite saßen die Russen in einer Bunkerstellung. Ein Stoßtrupp, der aber abgewiesen worden war, hat eine ganze Reihe von Bunkern entdeckt. Eigentlich waren es mehr Kampfstände als Bunker, mit M.G. und Pack bewährt. Davor befand sich ein tief gestaffeltes System ausgefuchster Drahthindernisse. Wahrscheinlich haben die Sowjets auch Minen ausgelegt. »Was meinst du, wie viele Russen in den Bunkern liegen?«, fragte Hesse seinen Freund. »Keine Ahnung.« »Doch, wie ich weiß, hat niemand eine Ahnung.« »Aber der Major sagte, diese Bunkerlinie versperre der Division den Weg.« »Also muss sie weg.« »Ich habe Türk im Verdacht, dass er mehr über die Lage und diese Bunkerlinie weiß, was er zugibt«, sagte Tissen, »und riss einen Grashalm aus, den er durch die Zähne zog.« »Er war genau zwei Stunden bei der Division,« sagte Hesse, »zwei Stunden.« »Ich kann mir nicht vorstellen, dass er da nichts Genaueres erfahren haben soll.« »Aber vielleicht will man oben nicht, dass wir alles erfahren.« »Möglich«, sagte Oberleutnant Tissen. Er zündete zwei Zigaretten an und gab Hesse eine. Dann saßen sie da und blickten den Hang hinab, jeder mit seinen eigenen Gedanken beschäftigt. Es war ihr erstes wirkliches Gefecht auf russischem Boden. Bisher waren sie nur marschiert, marschiert. Gewiss, es gab ein paar kleine Gefechte, die schnell erledigt wurden. Die Russen standen nicht, setzten sich meist schnell fast fluchtartig ab. Doch nun schien es ernst zu werden. Die beiden Oberleutnants lagen mit ihrem Verdacht, ihr Bataillonskommandeur wüsste mehr, als er zugeben wollte, ganz richtig. Es war aber nicht die Schuld von Major Türk, dass er sein Wissen nicht den Kompaniechefs weitervermittelt hatte, denn ein Divisionsbefehl hat es ihm verboten. Und die Division war wieder an einen Befehl des Chors gebunden, das der Ansicht war, die Truppe brauche nur so viel über die Lage zu wissen, wie unbedingt notwendig sei. Ein Standpunkt, der gewiss seine Berechtigung hatte. Was jeder in der Division und in den Bataillonen wusste, war dies, das Chor hatte den Auftrag, mit der 197. Infanteriedivision in Richtung Bialoviezer Forst vorzustoßen. Weiter war bekannt, dass sich der Russe in mehreren Bunkerlinien zur Verteidigung eingerichtet hatte und nach Gefangenenaussagen willens war, keinen Schritt Boden preiszugeben. Man wusste sogar noch ein wenig mehr, dass die Division nämlich der 445. Gardeschützenbrigade gegenüber lag, die angeblich von entschlossenen Offizieren und Kommissaren geführt wurde. Inwieweit der Russe außer der Schützenbrigade noch weitere Kräfte zur Verfügung hatte, war unbekannt. Luftaufnahmen zeigten jedoch in der Nähe der Ortschaft Gorotki einen Panzerbereitstellungsraum. Inwiefern diese Panzer etwas mit der Verteidigung der Bunkerlinie zu tun hatten, entzog sich der Kenntnis der Division. Das Ziel des Bataillons war, in die Bunkerlinie eine Bresche zu schlagen und bis zur Ortschaft Gorotki vorzustoßen. Zur Unterstützung dieses Angriffs hatte die Division ihre gesamte Artillerie bereitgestellt, die, falls notwendig, die Bunker sturmreif schießen sollte. Außerdem standen drei Sturmgeschütze bereit, die dann zum Einsatz kommen sollten, wenn es gelungen war, eine Lücke zu schlagen. Das war die große Lage, von der Oberleutnant Thyssen und Hesse nichts wussten. Ob das ein Vorteil oder ein Nachteil war, würde sich noch herausstellen. Hesse, immer ein wenig pessimistisch, meinte, »Wir können von Glück reden, dass wir bisher so glimpflich davongekommen sind. Zwei Drittel unserer Leute waren noch nicht im Gefecht.« »Stimmt«, pflichtete Thyssen dem Freund bei, »und der Major hat auch keine Fronterfahrung. War lange Zeit Führerreserve bei der Armee. Komisch, ich habe ja ein schlechtes Gefühl, wenn einer wie er die Frontpraxis nicht kennt.« Hesse schnippte die Asche von seiner Zigarette und erwiderte, »Türk, macht mir kein Kopfzerbrechen. Viel kann er nicht vermasseln. Entweder er kommt mit seinen Bataillon durch die Bunkerlinie oder nicht.« Sie schwiegen wieder, überließen sich ihren Gedanken und rauchten. »Nach einer Weile sagte Hesse, »Ich glaube, jetzt wird's für mich Zeit.« Er sah auf seine Armbanduhr. »In dreißig Minuten wird angegriffen. Also, bis später.« Oberleutnant Thyssen setzte seinen Stahlhelm auf und ging langsam den Hang hinunter, während Hesse zum Bataillonsstab zurückkehrte. Potatutchefs-Panzer standen abmarschbereit. In diesem kritischen Stadium gab es die ersten Pannen. Etwa 500 Mann fehlten, wie sich herausstellte, waren in Urlaub, auf Lehrgängen, Abkommandierungen. Potatutchef tobte. Als er schließlich auch noch die Meldung erhielt, dass Treibstoff fehle und über die Hälfte der einsatzfähigen Panzer nicht vollgetankt seien, platzte ihm der Kragen. Er stieg in seinen Geländewagen, fuhr von einer Heiner zur anderen, brüllte die Kommandeure an und drohte mit Kriegsgerichtsverfahren. Sein Verband, Speerspitze des westlichen sowjetischen Grenzbezirks, war praktisch nur noch ein Torso. Trotzdem setzte sich der Verband in Bewegung. Schon nach etwa zehn Kilometern Marsch tauchten am Himmel deutsche Stucker, Jäger und Zerstörer auf. Verbände des Zweiten Deutschen Fliegerkors, deren Aufgabe es war, die vorpreschende Panzergruppe 2 des Generalobersten Guderian zu unterstützen, ihr den Weg frei zu bomben. Noch ehe bei dem sowjetischen Verband Fliegeralarm gegeben werden konnte, heulten am Himmel Motorsirenen, stürzten Stucker auf die Panzerkolonne. Bomben rauschten zur Erde wieder. Obgleich die Panzer ins Gelände auswichen, hatten sie keine Chance. Zahlreiche T-26 und drei KW-Panzer wurden das Opfer des Stuckerangriffs. In Flammen gehüllt brannten sie aus. Spätestens jetzt wusste Potatutchev, was noch auf ihn und seinen Verband zukommen würde. Aus einem mitgehörten Funkspruch der Armee erfuhr er auch noch, dass sich die deutschen Panzerspitzen Minsk näherten. Nachdem sich Bataillon und Regimenter wieder gesammelt hatten, um den durch den Fliegerangriff unterbrochenen Marsch fortzusetzen, erreichte den General ein Funkspruch des Chors. Es befahl, dass sich Panzer und Schützenregimenter zu trennen hätten. Die Infanterie erhielt den Befehl, sich im Eilmarsch an die bedrohten Narev-Übergänge zu begeben, während die Panzerregimenter in Richtung Grotno weiterrollen sollten, um sich dort den deutschen Panzern entgegenzuwerfen. Potatutchev verstand die Welt nicht mehr. Was ging wohl in den Gehirnen der obersten Führung vor sich? Da wird ein Panzerverband auseinandergerissen und stückweise zur Verteidigung, statt schwerpunktmäßig in den Kampf einzugreifen. Eine Stunde später erhielt der General einen zweiten Funkspruch. Darin wurde allen sowjetischen Truppen des Grenzbezirks die erste Orde aus dem Moskauer Hauptquartier übermittelt. Diese lautete, »Die Truppen haben sich mit allen Kräften und Mitteln auf die feindlichen Kräfte zu werfen und sie dort zu vernichten, wo sie die sowjetische Grenze überschritten haben. Die Fliegerkräfte insbesondere haben ihre Angriffe über deutschem Gebiet bis in eine Tiefe von 150 Kilometern vorzutragen. Bittere Ironie, denn die deutschen Truppen standen bereits 50 Kilometer auf russischem Boden. Die Hölle raste. Ihr Mechanismus funktionierte mit makaberer Behandlichkeit. Über 40 Geschütze feuerten. Der Reflex der unheilvollen Ereignisse spiegelte sich deutlich in den Gesichtern der Grenadiere, die bepackt mit Handgranaten geballten Ladungen, Flammenwerfern und Minen dem Angriffssignal entgegenfieberten. Aber auch die Regiments- und Bataillonskommandeure lauschten mit sorgenvollen Minen auf das deutsche Artilleriefeuer, beobachteten mit der Schere und dem Fernglas die Wirkung des Feuers. Im ununterbrochenen Donner der Einschläge waren die Abschüsse und das Heranpfeifen der Geschosse nicht mehr zu hören. Oberleutnant Thyssen duckte sich in seinem Deckungsloch und starrte abwechselnd auf die Bunkerlinie, wo die Russen dem deutschen Vernichtungsfeuer ausgeliefert waren und dann wieder auf seine Armbanduhr. Sieben Minuten dauerte die Feuervorbereitung, dann musste angegriffen werden. Vier Minuten waren schon verstrichen. Die Männer neben Thyssen kauerten sprungbereit in ihren Löchern. Ihren Gesichtern waren nicht anzumerken, was sie dachten. »Ganz jöner Rabatz, was?« sagte neben Thyssen Leutnant Berger, der Führer des ersten Zuges. Thyssen nickte. »Ja, dort drüben möchte ich jetzt nicht sein.« »Nur noch eine Minute.« »Danke«, Thyssen ließ ein volles Magazin in die Maschinenpistole einrasten. Dann blickte er auf die Uhr. »Zehn, neun, acht, sieben, fünf, drei, zwei...« Thyssen richtete sich auf und hob den rechten Arm mit der MP. »Kompanie, fertig machen zum Angriff!« »Eins, null, Kompanie auf! Marsch, Marsch!« Die Grenadiere rannten los. Die meisten hatten die Ärmel hochgekrempelt und die Feldblusenform geöffnet. In ihren Stiefelschäften steckten Handgranaten. Die Mg-Schützen trugen die schimmernden Gurte um den Hals, was seltsam aussah. »Los, fahrwärts!« brüllten die Zug- und Gruppenführer. Schlagartig brach das eigene Artilleriefeuer ab. Auf der Bunkerhöhe verzogen sich langsam Qualm und Rauch. Das Bataillon stürmte voraus die vierte, zweihundert Meter seitlich abgesetzt, die beiden anderen Kompanien. »Hurra!« 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 Auf der Bunkerlinie hämmerte ein russisches Maschinengewehr. Man konnte deutlich das Mündungsfeuer erkennen. Leutnant Berger setzte eines seiner Mg an. Die Gefreiten Sibelius und Reinhard warfen sich zu Boden und brachten ihre Mg in Stellung. Sie schossen in kurzen Feuerstößen. Etwa 300 Meter hatte die vierte schon zurückgelegt und Oberleutnant Thyssen seinen Männern etwa zehn Meter voraus war völlig außer Atem. Aber er gönnte sich keine Pause. Er wollte möglichst schnell auf Einbruchsnähe herankommen. Das russische Mg schoss nicht mehr. Es schoss überhaupt niemand auf der Höhe. Sollten die Russen etwa ihre Stellungen geräumt haben? Möglich war das. Warum sollten sie ein Gelände verteidigen, das bereits im Rücken des Feindes lag, der unaufhaltsam nach Osten vordrang? Thyssen winkte mit dem rechten Arm. »Aufschließen! Weiter! Weiter!« Das Gelände wurde sandig. Die Männer versanken bisweilen bis zu den Knöcheln im Sand. Es kostete Kraft. Thyssen hörte es am Keuchen neben und hinter sich. Einige fluchten, Bergers helle jungen Stimme, war fortwährend zu hören. »Mein Gott!« dachte Thyssen, »es ist tatsächlich wie im Manöver. Exerziermäßig vorgehendes Infanteriebataillon in vorbildlicher Gefechtsordnung und ohne Feindeinwirkung. Ist denn das möglich?« Er blieb einen Augenblick stehen, um sich umzusehen. Die Kompanie hatte aufgeschlossen, die Gesichter seiner Männer glühten, Schweiß rann ihnen über die Stirn. Wenn Major Türk die Kompanien aus nächster Nähe beobachten könnte, würde er voller Stolz vielleicht gesagt haben, »Fabelhaft, Männer! Ausgezeichnet! Ausgezeichnet!« Thyssen lief weiter, nicht mehr so hastig wie eben, aber dafür zielstrebiger. Er hatte zum ersten Mal keine Bedenken, mit seiner Kompanie die Bunkerhöhe zu erreichen. Doch es kam anders. Leutnant Berger hatte sich mit seinem Zug bis auf rund hundert Meter den gut getarnten Bunkern und genährt, als schlagartig mehrere russische Maschinengewehre zu schießen begannen. Ein Höllenspektakel. Leuchtspur gaben Fetzen aus allen Richtungen heran. Starkes MG-Feuer kam auch von der linken Flanke. Oberleutnant Thyssen stieß einen Fluch aus. Er hätte platzen können vor Wut. Die Russen hatten sie kaltblütig auflaufen lassen. Sechzig, siebzig Meter Distanz zum Gegner, eine mörderische Entfernung, wenn er ein halbes Dutzend MG dazwischen hielt. Die ersten Verluste. Stöhnen, Röcheln, Verwirrung bei den Männern. Sanitäter! Sanitäter! Hilfe! Sanitäter! Im Hinwerfen sah Thyssen etwa vierzig Meter links von sich einen Mann, der sich schreiend auf den Boden wälzte und mit Armen und Beinen um sich schlug. Sanitätsunteroffizier Brachka rannte gebückt zu dem Verwundeten hin und schrie, Bleib ruhig liegen, Mann, liegen bleiben, hörst du? Auch rechts von Thyssen brüllte einer furchtbar anzuhören. Granat, werfe auf Bunkerhöhe, befahl der Oberleutnant. Die Werfer wurden in Stellung gebracht und begann zu schießen. Fast gleichzeitig sah Thyssen die Rauchpilze vor den Bunkern auf dem Boden wachsen. Die Granatwerferbedienungen arbeiteten fieberhaft. Sie wussten, wenn es ihnen nicht gelang, den feindlichen Widerstand zu brechen, lag die ganze Kompanie auf der Schnauze und kam keinen Schritt mehr voran. Keinen Schritt mehr vorankommen, aber bedeutete, die Kompanie würde hohe Verluste hinnehmen müssen, weil das Gelände so gut wie keine Deckung bot. Oberleutnant Thyssen lag immer noch auf demselben Fleck. Einige Male schlugen M. Gehgaben aus seinem Bunker so nahe vor ihm ein, dass er Dreckspritzer ins Gesicht bekam und Steinsplitter ihm die rechte Wange auffetzten. Er maß dem keine Bedeutung bei. Unter Beschuss lagen alle, nicht nur er. Aber darüber war er sich im Klaren. Die Kompanie musste entweder weiterstürmen und versuchen, das feindliche Feuer zu unterlaufen oder sich eingraben. Letzteres kam praktisch einer Niederlage gleich. Außerdem wäre Eingraben unmöglich gewesen, weil man den Kopf nicht aus der Deckung nehmen konnte. Und dabei hatte es so ausgesehen, als wäre dieser Angriff überhaupt kein Problem. Zwar schossen die Granatwerfer fast ohne Unterbrechung, den Ausschlag für die Weiterführung des Angriffs gaben aber drei Pack. Major Türk, der Unerfahrene, behielt den Überblick und handelte richtig. Er beorderte drei 3,7 cm Pack nach vorn. MG-Nester und Bunker durch Punktfeuer ausräuchern, hatte er dem Pack Zugführer befohlen. Im Mannschaftszug wurden die Gestütze hinter die erste und vierte Kompanie gebracht, dann ging es los. Die Geschützbedienungen jagten Granate um Granate aus den Rohren und innerhalb weniger Minuten hatten sie drei Bunker-MG zum Schweigen gebracht. Auf zwei weitere Bunker-MG begannen sie sich gerade einzuschießen, als Oberleutnant Tissen zwei weiße Leuchtkugeln abfeuern ließ. Stopfen, hieß das, kein Feuer mehr. Tissen hatte die veränderte Lage sofort erkannt und sich schon nach dem Ausfall der drei russischen Bunker-MG entschlossen, den Angriff weiter fortzuführen. Aber das war gar nicht so einfach, denn erst jetzt sah der Oberleutnant die Drahthindernisse, die so geschickt angelegt waren, dass man sie erst im letzten Moment erkennen konnte. Der Stacheldrahtverhau musste aber geknackt werden, das stand fest. Das bedeutete andererseits wiederum eine Verzeugerung des Angriffs. Holst der Teufel, dachte Tissen, diese verdammten Russen sind für jede Überraschung gut. Bevor der Oberleutnant einen Entschluss fassen konnte, trat ein Ereignis ein, mit dem niemand gerechnet hatte. Zwei der Bunker, aus denen bisher kein Schuss abgegeben worden war, spien plötzlich Feuer. Aber kein MG-Feuer, kein Gewehrfeuer, sondern richtiges Feuer. Volle Deckung, Flammenwerfer, brüllte Oberleutnant Tissen. Die russischen Flammenwerfer hatten einen Wirkungsbereich von je 90 Grad und bestreuten insgesamt eine Fläche von ca. 300 Meter in der Breite. Der deutsche Angriff blieb liegen. Vier Tote hatte die Kompanie Tissen zu beklagen. Verbrannt bis zur Unkenntlichkeit von den Flammenwerferstrahlen. Zu allem Unglück begannen nun auch wieder mehrere Bunker-MG zu schießen. Die deutsche Pack hatte offenbar für kurze Zeit Wirkung erzielt, die russischen MG-Bedienungen aber auf Dauer nicht außer Gefecht setzen können. Es war der Major selbst, der den Befehl gab, den Angriff einzustellen. Zurück 10 bis auf 200 Meter ließ er die Kompanie-Chefs wissen. Während sich die Kompanien sprungweise absetzten, sprach der Major mit dem Artillerie- Verbindungsoffizier. Bunkerlinie nicht zu nehmen, Feind hat Flammenwerfer eingesetzt. Wir brauchen noch einen Artillerie- Feuerschlag, schrie er ins Telefon. Die Artillerie- Unterstützung wurde zugesagt. Aber der Feuerschlag würde keine Entscheidung bringen, darüber war sich Major Türk im Klaren. Die Pioniere mussten ran und das womöglich im Schutz des eigenen Artillerie- Feuers. Die Pioniergruppe des Unteroffiziers Kleinhans wurde nach vorn zur vierten geschickt, meldete sich bei Oberleutnant Tissen. Der sagte nur, Viel Glück, wenn ihr es schafft, die Bunker mit den Flammenwerfern auszuschalten, spendiere ich eine Flasche Schnaps. Unteroffizier Kleinhans grünste, Wir werden darauf zurückkommen, Herr Oberleutnant, darauf können Sie sich verlassen. Die Kompanien hatten unterdessen den Befehl erhalten, sofort beim Widerstand wie bei den Bunkern vor Goradki gab es selten. Der Schock des deutschen Angriffs saß tief. Eine ganze Front befand sich in Auflösung. Die russische Führung hatte jeden Überblick verloren, tappte nach wie vor im Dunkeln. Draht- und Funkverbindungen waren zusammengebrochen, Divisionen und Regimente handelten nach eigenem Ermessen oder taten gar nichts, warteten auf Befehle aus Moskau. Der sowjetische Generalstab hatte immer noch kein klares Bild von den wirklichen Ereignissen im Grenzgebiet. Dass alles drunter und drüber ging, wusste man zwar, vertraute jedoch der Führungskunst der jeweiligen Armee Oberbefehlshaber. Ein verhängnisvoller Fehler. Wie sich nämlich herausstellte, besaßen die meisten Kommandeure, bis hinauf zu den Kors und Armeen keinerlei operative und strategische Erfahrung. Hinzu kam, dass die sowjetische Luftwaffe weitgehend ausgeschaltet war. Die deutschen Bomberverbände griffen nach wie vor die sowjetischen Flugplätze im westlichen Grenzraum an, auf denen die modernsten Maschinen standen. Über 1200 Flugzeuge hatte die deutsche Luftwaffe bereits abgeschossen oder am Boden zerstört. Absolute Luftherrschaft, konnte Reichsmarschall Hermann Göring dem Führer melden. Die deutschen Bomber schlugen erbarmungslos in pausenlosen Einsätzen zu. Vorrangige Ziele waren vor allem sowjetische Nachschubbasen, Verkehrsknotenpunkte, Bahnlinien, zurückflutende Truppen. Wie verheerend sich solche Angriffe auswirken, sei an einem Beispiel aufgezeigt. Bialystok, Straßen- und Verkehrsknotenpunkt. Auf dem Bahnhof der Stadt standen zwei Militärzüge, die Waffen- und Gerät abtransportieren sollten. Gleich nehmen an zwei weitere Züge, die russische Flüchtlinge in Sicherheit bringen sollten. Vor den Zügen, die für die Zivilisten gedacht waren, herrschten Panik und Chaos. Jeder war sich selbst der Nächste. Es wurde gedrängelt und geschoben, geflucht und geweint, Kinder schrien, die Fensterscheiben der Waggons wurden eingeschlagen, um schneller in den Zug zu gelangen. In einer Viertelstunde hieß es, würden die Züge die los zu. Was hätten sie auch unternehmen sollen? Wären sie eingeschritten, hätte man sie wahrscheinlich zu Tode geprügelt. Plötzlich erfüllte donnernde Motorenlärm die Luft. Irgendjemand schrie, die Flieger kommen! Doch niemand kümmerte sich darum. Die meisten Zivilisten hatten den Warnruf gar nicht gehört. Die Flieger kamen. Stuckas, deren Angriffsziel Stadt und Bahnhof Bialystok waren. Die Ju 87 bombardierten zuerst die Stadt, deren Straßen randvoll mit zurückweichenden Truppen waren. Dann nahmen sie sich den Bahnhof vor. Ob gleich schwere und leichte Flack um den Bahnhof herum stationiert waren, fiel kein einziger Schuss. Die Kanoniere suchten das weiter, sprangen in Deckungsgräben und Bahnhofs Bunker. Der Bahnhof stand schon nach den ersten Bomben Abwürfen in Flammen. Mehr als 200 Zivilisten fanden den Tod. Die Züge waren schrottreif. Der Stuckerangriff hatte die Stadt in Panik versetzt. Zu tausenden flohen Frauen und Kinder, alte Männer aus der brennenden Stadt. Unerträglicher Qualm breitete sich aus. Und auf den Ausfallstraßen von Bialystok stauten sich zurückflutende sowjetische Truppen, meist Infanterieeinheiten, aber auch bespannte Artillerie- und Motorfahrzeuge. Dazwischen unzählige Zivilisten- Trecks. Während die Zivilisten einfach von der Stadt weg wollten, strebten die russischen Truppen nur einem Ziel zu, dem Bialowiezer Forst. Aus allen Richtungen kamen sie. Alle kannten ihn zumindest dem Namen nach. Der Bialowiezer Forst, dieser schreckliche Urwald versprach Rettung. In diese gewaltige Naturfestung würden sich die Deutschen nicht wagen. Und wenn sie es trotzdem taten, drohte ihnen Hinterhalt, Tausendfacher Tod. Der deutsche Vormarsch vollzog sich währenddessen fast ohne Verzögerung. Die Panzerdivisionen und Mottverbände der Panzergruppe Guderian stürmten unaufhaltsam ostwärts und bildeten so nebenher einen riesigen Kessel um den Bialowiezer Forst. Alles andere, was sich im Rücken der Panzergruppe abspielte, waren, um es im Militärjargon auszudrücken, Gefechte von lokaler Bedeutung, die rasch zu einem Ende kommen mussten, weil die daran beteiligten deutschen Einheiten anderswo dringender benötigt wurden. Der Kampf um die Bunkerlinie von Gorotki ging seinem Höhepunkt entgegen. Die Division wurde schon ungeduldig, drängte auf eine rasche Entscheidung. Der Vormarsch musste fortgesetzt werden. Jetzt kam die Stunde der Pioniere. Sie lagen in einem Granat Trichter vor sich den Stacheldraht verhau, der an manchen Stellen zerfetzt, aber keinesfalls beseitigt war. Wir müssen eine Gasse schneiden, sagte Unteroffizier Kleinhans zu seinen Männern, die ihre Werkzeuge bereitlegten, vor sich die brüllende Wand der Artillerie einschläge. Obwohl der Unteroffizier keinen Namen genannt hatte, machte sich der obergefreite Hans Kerber fertig. Er schnallte Koppel und Pistol ab und ließ sich von den Kameraden die große Drahtschere geben. Dann hängte er sich noch eine Rolle Zugdraht um den Hals und nickte seinem Gruppenführer zu. Wo und wann immer komplizierter Draht geknackt werden musste, der obergefreite Kerber tat es, meist unter Lebensgefahr und fast immer allein. Sein mutiger Einsatz war schon im Frankreich Feldzug mit dem Eisernen Kreuz erster Klasse belohnt worden. Dieser bescheidene, fast schüchtern wirkende Pionier machte sich nun wieder an seine gefährliche Arbeit. Wir halten dir die Daumen, Hans, sagten die Kameraden und klopften ihm auf die Schulter. Kriegen wir alles hin, antwortete Kerber mit seinem im ganzen Bataillon bekannten Lausbuben Lächeln, das ihn wie einen 17-Jährigen aussehen ließ. Dabei war der Obergefreite letzten Monat schon 27 Jahre alt geworden. Ein Veteran unter den Lanzern, einer der noch zu Friedenszeiten Kasernenhof staub geschluckt und den der Barras dann nicht mehr losgelassen hatte. Auf dem Bauch kriechend sich kaum vom Erdboden abhebend robbte der Obergefreite auf die Drahthindernisse zu. Menschens gibt der Hans wird flach wie der Flunder sagte der Gefreite kühn zu seinem Gruppenführer wenn der den Krieg übersteht kann er glatt als Schlangenmensch beim Zirkus anheuern. Kerber schlüpfte durch die ersten Drahtrollen drei vier Meter kroche auf dem Bauch mit den Händen den Boden abtastend um eventuell vergrabene Minen aufzuspüren. Er hatte darin Erfahrung seine Finger wühlten vorsichtig in der Erde wie die eines Gärtners der Unkrautwurzeln aus dem Boden zieht. Zwischendurch ein rascher Blick hinauf zu den Bunkern mit den Flammenwerfern. Von dort drohte dem Obergefreiten die größte Gefahr. Wehe, wenn ihn die Russen entdeckten. Von Kerber bliebe in diesem Fall kaum mehr als ein Häufle Asche übrig. Klack, klack. Kerber begann den Draht aufzuschneiden, wobei er die Schere dort ansetzte, wo die Drahtrollen noch am meisten Zug besaßen. Das war wichtig, denn es kam darauf an, dass die Drahtenden hochschnellten und somit eine Gasse freigelegt werden konnte. Nachdem der Obergefreite ein halbes Dutzend Drahtrollen durchgezwickt hatte, schlang er einige Meter Zugdraht durch das Stacheldrahtgewirr und warf das andere Ende Udoffizier Kleinhans zu. Anziehen! Mit gemeinsamer Kraft wurde der durchschnittene Draht Es musste genügen. Es befand sich zwar immer noch ein dichtes, aber nicht sehr breites Stacheldrahtband vor den Flammenwerferständen, dieses letzte Hindernis sollte jedoch mit einer Sprengladung beseitigt werden. Auf einen Wink des Pionier Unteroffiziers setzte sich der obergefreite Kerbe ab und kroch rückwärts zu seinen Kameraden. Fabelhaft gemacht Hans, lobte Kleinhans. Als nächstes wurde nun die drei Kilo Sprengladung fertig gemacht und an einer Stange befestigt, die durch die Gasse geschoben werden sollte. Die letzte, aber auch gefährlichste Aktion sah vor, dass die Pioniere rasch durch die Gasse liefen, sich an die Bunker heranmachten, um diese mittels Handgranaten und geballten Ladungen außer Gefecht zu setzen. Unteroffizier Kleinhans warf einen forschenden Blick auf seine Männer, die eng leuchteten, starrten sie ihn an. Betont gelassen schob der Unteroffizier eine rote Leuchtpatrone in den Lauf der Pistole, ließ das Schloss zuschnappen und hob den kurzen Lauf schräg nach oben in Richtung zu den eigenen Linien. In kurzen Bogen flatterte die Leuchtkugel über den Hang, zog einen rauchenden Kometenschweif hinter sich her und erlosch am Boden, ohne zerplatzt zu sein. Das war Absicht. Die Leuchtpatrone sollte nicht explodieren, um den Feind nicht zu warnen oder misstrauisch zu machen. Für die eigene Artillerie war es das Zeichen, Feuer einstellen, wir sind bereit. Die Pioniergruppe schaffte es, die Flammenwerfer Bunker mit geballten Ladungen außer Gefecht zu setzen. Während die Explosionen noch die Luft erschütterten, gaben die Kompanieführer des Bataillons den Befehl zum Angriff. Grüne Leuchtkugeln zischten in den Himmel, Trillerpfeifen schritten, Kommandos gelten. Aus den Deckungslöchern heraus sprangen die deutschen Grenadiere, überfluteten den Hang, nutzten jede Deckung aus, jagten von einem Granatrichter zum anderen. Unteroffizier Braun vom zweiten Zug der Kompanie Tissen blickte nach rechts und links, winkte seinen Männern, deutete in die belächelt, hörte jetzt kaum mehr einer hin. Wer hatte in solcher Situation auch noch Sinn für Humor? Größte Bedeutung bei diesem Angriff kam der vierten Kompanie zu. Sie bildete die sogenannte Handstreich Gruppe. Ihre Aufgabe über Rumpelung der vordersten feindlichen Linien außer Gefechtssätzen etwaiger feindlicher MG-Bunker. Als die Kompanie bei der gesprengten Drahtverhaugasse ankam und die rauchenden Trimmer der Flammenwerfer Bunker sahen, machten die Grenadiere ihre Handgranaten frei. Oberleutnant Thyssen hatte zum Karabiner gegriffen. Das Seitengewehr war aufgepflanzt. Die Männer des Kompanietrupps und zwei Gruppen des ersten Zuges unter Feldwebel Perschinger waren ebenfalls nur mit Karabinern bewaffnet. Die erfahrensten und besten Nahkämpfer der Kompanie hatte Thyssen in diesen beiden Gruppen zusammengefasst. Im wieder beabsichtigten die Russen, die Deutschen bis auf Nahkampf näher herankommen zu lassen oder aber sie hatten sich vom Schock des Artilleriefeuers und der Bunkersprengung noch nicht erholt. Die Pioniergruppe des Unteroffiziers Kleinhans wurde aufgenommen. Die Pioniere schlossen sich dem Zug von Feldwebel Perschinger an. Eine willkommene Verstärkung, denn jederzeit konnten neue, schwer zu überwindende Hindernisse auftreten. Immer noch ohne Feindeinwirkung schlüpften die Männer der Vierten Kompanie durch die Drahtgasse und pirschten sich an die Bunker heran. Da hämmerte plötzlich ein schweres russisches Maschinengewehr. Zum Glück schoss der MG-Schütze viel zu hoch. Feuer unterlaufen, brüllte Oberleutnant Tissen. Mit aufgerissenen Mündern überstiegen die Grenadiere ein zerschossenes Drahthindernis. Eine Gruppe des zweiten Zuges nahm sich die restlichen Bunker vor, aus denen kein MG- oder Gewehrfeuer mehr kam und stammten dann vor einem Grabensystem. Wie Höcker eines liegenden Kamels zeichneten sich zwei zurückverlegte Erdbunker ab, aus denen jetzt Flammenblitze hervorzimmelten. Kurze, hektische Feuerstöße peitschten aus den Schießschatten. Tissen wollte eben eine Gruppe auf die Bunker ansetzen, da sah er Leutnant Berger mit Reihen seiner Männer aus einem Laufgraben hervorstürzen, der beide Bunker miteinander verbannt. Berger und seine Leute versuchten das Feuer der Bunker MG zu unterlaufen, was ihnen auch tatsächlich gelang. Ohne sich um die wütend feuernden MG zu kümmern, kletterte der junge Leutnant mit seinen Männern auf das Dach des einen Bunkers, der mit Meter dicker Erde und Steinen bedeckt war. Tissen stockte der Atem. War Berger von allen guten Geistern verlassen? Erkannte er denn nicht, dass die beiden Bunker im Schussfeld der anderen Kampfstände lagen? Doch da waren Berger und seine Männer schon nicht mehr zu sehen. Sie hatten sich oben auf dem Bunkerdach in Deckung geworfen, verschwanden zwischen den Stein und Erdbrocken. Und dann wusste Oberleutnant Tissen, was Berger im Schilde führte. An einer Schnur, oder war es ein Draht, so genau konnte Tissen es nicht erkennen, wurde eine geballte Ladung herabgelassen. Ein kurzer Pendelschlag, dann folgte eine mächtige Explosion direkt vor der Schießscharte. In die Detonation hinein hörte Tissen gellende Schreie. Das M.G. schwieg, Sekunden später auf das zweite. Nun trat wieder ein einzelner Mann in Aktion, ohne Befehl, ohne Aufforderung. Es war der Gefreite Kempen vom zweiten Zug. Er rannte auf den zweiten Bunker zu, zog zwei Handgranaten ab und steckte sie in die Schießscharte. Dann schoss eine meterlange Stichflamme aus dem Bunkerschlitz. Schwarzer öliger Rauch hüllte den Kampfstand ein. Die Bresche, die Bresche ist geschlagen durch Fuels Tissen. An diesen letzten beiden Bunkern vorbei musste es möglich sein, in das dahinterliegende Stellungssystem des Gegners einzubrechen. Dem Oberleutnant war zwar klar, dass seine Männer ausgepumpt und am Ende ihrer Kräfte waren, aber darauf durfte er jetzt keine Rücksicht nehmen. Die große Chance, die Russen zu schlagen, zurückzudrängen, musste genutzt werden. Und sie wurde genutzt. Die nur schwach besetzten Verteidigungsanlagen hinter der Bunkerlinie wurden im ersten Ansturm genommen. Ein verzweifelt geführter Gegenstoß eines sowjetischen Obersten brach im Feuer der deutschen Maschinengewehre und Granatwerfer zusammen. Der Oberst fiel an der Spitze eines 20-Mann-starken Stoßtrupps, der ausschließlich aus ehemaligen Kadetten der Smolensker Kriegsschule bestand, wie sich später herausstellte. Eine Stunde darauf wurde die Ortschaft Gerotki genommen und von Feindresten gesäubert. Unzähliges Kriegsgerät wurde erbeutet. 200 Rotarmisten ergaben sich den deutschen Angreifern. Ihre Stoßtruppe den Tod gefunden. Gegen Nachmittag war die Lage im Divisionsbereich bereinigt. Der Vormarsch konnte fortgesetzt werden. Ihren Vormarsch setzte auch die Panzergruppe Guderian fort. Mit der 18., der 17., der 10., der 3., der 4. Panzerdivision und der 29. und 10. Infanteriedivision Mott stürmte sie nach Osten ihrem Ziel Borisov entgegen. Zur gleichen Zeit kämpfte sich auch die Panzergruppe 3, Hoth, mit der 7., der 20., der 12., der 19. Panzerdivision und der 18. Infanteriedivision Mott in Richtung Minsk-Beresina Fluss fuhr. Eine gewaltige Zangenbewegung, ein gigantischer Kessel zeichnete sich ab, in dem vier sowjetische Armeen saßen, mit insgesamt 300.000 Mann. Ein Großteil der vier sowjetischen Armeen hatte sich in den Bialowiezer Forst geflüchtet, war darin untergetaucht. Obwohl dort von den deutschen Divisionen eingeschlossen, bildeten diese geflüchteten russischen Einheiten immer wieder eine Gefahr. In größeren und kleineren Kampfgruppen versuchten sie aus dem Urwald auszubrechen und gerieten damit außer Kontrolle. Der Heeresgruppe Mitte blieb keine andere Möglichkeit, als dem Bialowiezer Forst abzuriegeln, jedenfalls so lange, bis die Fußdivisionen nachgekommen waren, um den Wald zu säubern. Eine dieser Riegeldivisionen war die 29. Infanteriedivision Mott, deren Aufgabe es war, den südlichen Rand des Bialowiezer Forstes zu überwachen und eventuelle Ausbruchsversuche der Russen zu verhindern. Kesselwache nannten die Lanzer ihren Auftrag. Viel lieber wären sie zusammen mit dem Panzerdivision zur Beresina marschiert. Aber Befehl ist Befehl. Weit auseinandergezogen lagen die Regimente der 29. Infanteriedivision Mott vor dem riesigen Urwaldgebiet. Schon mehrmals hatten Kompanie und Bataillon starke sowjetische Einheiten versucht aus dem Forst auszubrechen. Doch sie waren jedes Mal abgewiesen worden. Besonders schwierig gestaltete sich die Überwachung des südlichen Randes des Bialowiezer Forstes nachts. Da konnte es dann schon passieren, dass kleinere Gruppen von Russen sich durch den dünnen Sicherungsschleier schlichen und spurlos im Gelände verschwanden. Gerade aber diese Gruppen waren es, die der Division Kummer bereiteten. Sie überfielen Nachschubeinheiten, nahmen Verbindung zu den örtlichen Partisanen auf, die allerts wie Pilze aus dem Boden schossen. Zum Glück war inzwischen die 17. Infanteriedivision herangekommen, die rechts von der 29. Infanteriedivision Mott eingeschwenkt war, um sich an der Kesselwache zu beteiligen. Da im Moment die Funkverbindung zur 17. Infanteriedivision gestört war, sollte ein Schützenpanzerwagen Spätrupp Verbindung mit ihr aufnehmen und zugleich einen bestimmten Geländeteil vor dem Bialoviezer Forst aufklären. Die Division betraute mit diesem Auftrag Oberfeldwebel Klausner, einen erfahrenen Spätrupp Führer der Aufklärungsabteilung. 5 Uhr morgens. Der Schützenpanzerwagen Spätrupp fuhr los, quer durchs Gelände. Wege oder Straßen gab es hier nicht, nur Mais- und Sonnenblumenfelder, Kartoffelecker und kreuz- und quer durchs Gelände sich hinziehende Buschreihen. Diese stießen meist direkt an die Ränder des Forstes, eine ideale Deckungsmöglichkeit für ausbrechende Gegner. Oberfeldwebel Klausner wusste das. Ein kleiner Hügel bot sich an, einen kurzen Beobachtungsstopp einzulegen. Eine Heckenreihe, die schnurgerade von Ost nach West auf den Wald zulief, erregte Klausners besondere Aufmerksamkeit. Der Oberfeldwebel blickte durchs Glas und stutzte. Moment mal, da war doch was. Er glaubte, eine verdächtige Bewegung entlang der Heckenreihe gesehen zu haben. Klausner stellte das Fernglas schärfer ein. Sein Verdacht bestätigte sich. Eine Marschkolonne. Russen? Wer sonst? Das Braun der Uniformen hob sich nur undeutlich von der Hecke ab. Der Oberfeldwebel winkte den zweiten Schützenpanzerwagen heran, der von Unteroffizier Brösel geführt wurde. Sieh mal, da drüben zur Hecke, sagte Klausner. Brösel nickte. Schon gesehen, das sind Ivans, die aus dem Forst abgehauen sind. Funkmeldung? Nein, erst müssen wir genau wissen, was da ankommt. Wir könnten ein Stück näher heranfahren, schlug Unteroffizier Brösel vor. Klausner schüttelte den Kopf. Das ist nicht nötig. Sie biegen ab und kommen direkt auf uns zu. Da bin ich aber neugierig, was das für ein Haufen ist, sagte Brösel, und gab seinem NG-Schützen einen Wink. Feuerbereitschaft, Toni. Die Kolonne, die von der Hecke abgebogen war, konnte man wirklich nur als einen Haufen bezeichnen. Sechs, sieben bespannte Wagen, dazwischen Infanterie, zwei leichte Pack, ein Maxim-Gewehr, zwei Geschütze, Feldartillerie, auf deren Rohre noch die Mündungskappen saßen. Oberfeldwebel Klausner nahm wieder das Glas für die Augen. Mann, oh Mann, wandte er sich an Unteroffizier Brösel, die sind total fertig, guck dir das mal an. Es war wirklich erstaunlich, was da durchs Gelände lief. Das war keine militärische Formation, sondern eine Schar abgerissener Gestalten, die kaum mir die Füße heben konnten. Einige schleiften ihre Karabiner durch den Staub, auf dem Maxim-Karren saßen vier Mann, vermutlich Fußkranke. Klausner besprach sich mit Unteroffizier Brösel. Der meinte, wenn die Ivans in der eingeschlagenen Richtung weitermarschieren, laufen sie direkt den Sicherungen unseres zweiten Bataillons in die Arme. Greifen wir jedoch ein, kann es passieren, dass sie in Panik geraten, in Kehrten machen und in den Wald zurückrennen. Oder sie verkrümeln sich in die Büsche. Dieser Meinung war Oberfeldwebel Klausner. Funkspruch an Division, befahl er. Knapp drei Minuten später kam die Antwort. Sie lautete, setzen Sie Auftrag fort, zweites Bataillon verständigt. Eine Stunde später wurde die russische Marschkolonne vom zweiten Bataillon in Empfang genommen. Ein paar MG-Feuerstöße genügten, die Rotarmisten nahmen die Arme hoch, ergaben sich. Einhundertfünfzig Mann, darunter zwei Offiziere im Leutnantsrang und vier Unteroffiziere. Es handelte sich um die Reste der 222. sowjetischen Schützenbrigade, die sich zwei Tage im Bialovia zur Forst versteckt hatten. Welchen Eindruck die Gefangenen auf den Kommandeur des zweiten Bataillons, Hauptmann Liebig, machten, beschrieb er später in einem Bericht. Die meisten sahen aus, als würden sie jeden Moment aus den Stiefeln kippen. Jeder Rotarmist hatte einen Leinensack auf dem Rücken, mit Brotkanten, Zwiebeln oder Gemüse, das sie am Wege oder auf den Äckern ausgerissen hatten. Die Pferde knabberten vor Hunger das Holz der Deichsel an. Wir fragten sie, ob sie denn keine Truppenverpflegung erhalten hätten. Sie verneinten das. Schon seit drei Tagen hätte es nichts mehr gegeben. Ich wollte wissen, warum sie sich nicht gewehrt hatten. Mit was denn? fragten sie. Packend Artillerie besaßen pro Rohr zwei Granaten, die Maschinengewehre drei Trommeln und der einzelne Mann einen Patronenvorrat von genau zehn Schuss. Wie wir dann feststellten, hatten sie noch keinen Schuss abgegeben. Auf meine Frage, wie es denn im Bialowärzer Forst aussähe, ob sich dort starke russische Verbände aufhielten, blieben sie vorerst eine Antwort schuldig. Aber schließlich packte dann ein Feldwebel doch aus, nachdem ich ihm eine Zigarette angeboten hatte. Im Forst gibt es Kampfverbände, sagte er, vor allem die Gruppe von Major Balochin. Drei bis vierhundert Mann stark. Er hat den Befehl erhalten, den Widerstand im Vor zu organisieren. Hauptmann Liebig informierte unverzüglich die Division. Dort zeigte man sich keineswegs überrascht. Der 1A der 29. Infanteriedivision Mott hatte nämlich erst vor einer Stunde die Nachricht erhalten, dass sich der Bialowiezer Forst immer mehr fülle und mit größeren Ausbruchsversuchen des Gegners gerechnet werden müsse. Die Kämpfe im Wald hätten eben erst begonnen, die 78. Infanteriedivision Fühlung zu den Russen aufgenommen. Schwerpunkte der feindlichen Aktivität seien nicht zu erkennen. Liebig besaß genügend Fantasie, um sich vorzustellen, was Waldkampf bedeutete. Er dankte dem Himmel, dass sein Bataillon nicht zur 78. Infanteriedivision gehörte. Glutheiß lastete die Juni-Hitze über dem Land. Die Erde hatte tiefe Risse, der Boden war steinhart. Er widerstand jedem Spatenstich. Am Rand eines Sonnenblumenfeldes lag Major Sanderlon, ehemals Kommandeur der 467. Schützenbrigade. Neben ihm sei ein Stabschef, Oberleutnant Kurosov, 22 Jahre jung, ein moskowiter und langjähriger Funktionär des Komsomol-Jugendverbandes. Kurosov war verwundet. Er hatte einen Querschläger ans rechte Bein abbekommen, aber trotz großer Schmerzen kam kein Klagelaut über seine Lippen. Beide Offiziere beobachteten mit dem Fernglas das vor ihnen liegende Gelände. Ihre besondere Aufmerksamkeit galt der Kolchose Saskow. Dort saßen die Deutschen und versperrten den Zugang zum westlichen Ende des Bialowiezer Forstes. Ein Ausweichen war nicht möglich, weil die Kolchose kilometerweit von einem Sumpfgürtel umgeben war. Etwa 70 Meter hinter Major Sanderlon lagen 150 Schützen und 70 Mann abgesessene Kavallerie in Deckung. Die Reste der noch vor zwei Tagen 600 Mann starken Brigade. Sanderlons Einheit gehörte zur vierten sowjetischen Division, die jetzt in alle Winde verstreut war. Man nannte die Division den bestausgerüsteten Kampfverband der Grenzregion. Die Gefechtsstärke betrug 355 Panzer. Zwei mit den modernsten Infanteriewaffen ausgerüstete Schützenregimenter vervollständigten die Gefechtsstärke der Division, die darüber hinaus noch über ein Artillerieregiment 27 Geschütze vom Kaliber 12,2 Zentimeter und 15,2 Zentimeter verfügte, einem Pionierbataillon, das in der Lage war, mittels Pontons 60 Meter lange Brücken zu bauen. Von dieser mächtigen Streitmacht war nichts mehr übrig geblieben. Schlecht geführt und von oberster Stelle falsch eingesetzt, war die Division von zwei deutschen Divisionen zerschlagen und schließlich aufgerieben worden. Die letzte Nachricht, die Major Sanderlon von der Division per Meldereiter erhalten hatte, lautete, Absetzen Bialowiezer Forst, dort Kampf weiterführen bis zur letzten Patrone. Dass der Bialowiezer Forst die einzige Möglichkeit war, der Vernichtung oder der Gefangenschaft zu entgehen, wusste Major Sanderlon. Dazu hätte es keines Befehls der nicht mehr existierenden Division bedurft. Aber da lag nun diese verdammte Kolchose mit den Deutschen. Nur über diese Barriere konnte man den Forst erreichen. Das Major's Entschluss stand fest, er musste angreifen. Eine andere Alternative gab es nicht. Irgendwann und vermutlich sehr bald würden die Deutschen Verstärkung erhalten. Dann saßen er und die Reste seiner Brigade in der Falle. Sie konnten nicht mehr vor und nicht mehr zurück. Sanderlon blickte auf seine Armbanduhr. Ein gutes Fabrikat, die er noch vor Kriegsbeginn in Moskau erstanden hatte und die sein ganzer Stolz war. Vierzehn Uhr fünfunddreißig zeigte die Uhr an. Der Major blickte seinen Stabschef an. In genau zwanzig Minuten greifen wir die Kolchose an, sagte er. Oberleutnant Kursow nickte. Und wie? Wir reiten sie nieder, antwortete der Major. Was dann noch von ihnen übrig bleibt, erledigen unsere Schützen mit dem Bayonett. Kursow zog zweifelnd die Stirn entfalten. Du weißt nicht einmal, wie viele in der Kolchose liegen. Nehmen wir einmal an, sie haben Maschinengewehre. Granatwerfer oder eine Pack? Wir müssen sie überraschen, sagte der Major. Oder sollen wir in diesem Sonnenblumenfeld warten, bis wir verrecken? Unsere Leute besitzen kaum Kampferfahrung, sagte der Stabschef. Bisher haben wir nur ein einziges Gefecht hinter uns gebracht. Ansonsten sind wir nur gelaufen, gelaufen, gelaufen. Hör auf damit, schnitt ihm der Major das Wort ab. Wir müssen den Männern nun klar machen, dass es um Leben oder Tod geht. Wenn sie das begreifen, kämpfen sie auch. Ja, 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 um Leben oder Tod, sagte der Stabschef und knirschte mit den Zähnen. Die Schmerzen in seinem Bein wurden so stark, dass sie kaum mehr auszuhalten waren. Der Major blickte ihn besorgt an. Du bleibst hier zurück. Wenn alles vorbei ist, holen wir dich. Im Forst finden wir sicher einen Sanitäter. Um mich machte keine Sorgen, sagte der Oberleutnant, versuchte zu lächeln, aber es misslang. Er glaubte zu wissen, dass das, was der Major beabsichtigte, nicht gelingen konnte. Die Kompanie des Oberleutnant Messner hatte sich in der Korchose eingeigelt und zur Verteidigung eingerichtet. Es war ihr Auftrag, dem Regiment, das sich im Wald vortastete, den Rücken freizuhalten. Seit drei Stunden quält sich dieses durch den Urwalddschungel, ohne auf den Feind gestoßen zu sein. Und niemand wusste, wo die Russen steckten. Der Kommandeur der 78. Infanteriedivision schien wohl mit seiner Meinung, der Gegner verfolge die Absicht, die deutschen Infanterieregimenter erst in der Tiefe des Waldes anzugreifen, der Wahrheit am nächsten zu kommen. Die Division stieß mit drei Marschsäulen in den Forst vor. Infanterieregiment 215 rechts, das 195. Regiment links und etwas zurückgestaffelt, das Infanterieregiment 238. Hauptaufgabe aller drei Regimenter war die sogenannte Waldrollbahn frei zu kämpfen und sie für den Nachschub offen zu halten. Die ganze Operation hatte nur einen Haken. Das Infanterieregiment 238 hing noch weit zurück. Es würde noch mindestens fünf Stunden dauern, bis das Regiment aufgeschlossen hatte. Um diese Lücke zu schließen, hatte sich die Division entschlossen, kleinere Stützpunkte im Rücken der angreifenden Regimente einzurichten. Sie sollten gewährleisten, dass den Russen der Zutritt am westlichen Ende des Bialowiezer Forstes verwehrt wurde. Einer dieser Stützpunkte war die Kompanie Messner. Sie lag in weitem Umkreis der Kolchose. Vier Maschinengewehre richteten sich gut getarnt auf die zahlreichen Sonnenblumenfenster und die Sumpfstreifen. Eine 3,7 Zentimeter Pack stand feuerbereit im Tor einer Remise. Oberleutnant Messner ging die Stellungen der Kompanie ab. Er war zufrieden. Der Igel war dicht. Da kam keiner mehr durch. Selbst wenn der Russe versuchen sollte, mit stärkeren Kräften die Kolchose anzugreifen, würde er sich eine Abfuhr holen. Gegen das zusammengefasste und überlappende Feuer der Maschinengewehre gab es keine Durchbruchschance. Zuerst hatte Messner mit dem Gedanken gespielt, die Sonnenblumenfelder aufzuklären. Aber dann unterließ er es doch, weil er hierzu nicht die nötigen Kräfte hatte. Kilometer tiefe Sonnenblumenfelder konnte man nicht mit vier oder fünf Mann aufklären. Und warum auch? Griff der Russe tatsächlich aus seinem Sonnenblumenfeld an, musste er, um an die Kolchose heranzukommen, gut 300 Meter offenes Gelände überqueren. Der reine Selbstmord. Gerade als der Oberleutnant zu seinem Gefechtsstand zurückkehren wollte, keuchte ein Melder des ersten Zuges vor Leutnant Friesner heran, atemlos, mit schweißbedecktem Gesicht. Was ist los? fragte Messner. Der Melder schnappte nach Luft an, stotterte, Herr Oberleutnant, sollen sofort zu Leutnant Friesner kommen. Da draußen tut sich was. Wo draußen? Im Sonnenblumenfeld, Herr Oberleutnant. Los kommen Sie, sagte Messner und lief hinter dem Melder her zum Abschnitt des ersten Zuges. Leutnant Friesner hatte die Arme auf die Grabenwand des MG-Standes gestützt und blickte durch das Glas zum Sonnenblumenfeld hinüber. Als er die Schritte hinter sich hörte, wandte er nur kurz den Kopf und als er seinen Chef erkannte, legte er warnend einen Finger auf den Mund. Messner quetschte sich neben den Leutnant. Der deutete mit dem Kopf in Richtung Sonnenblumenfeld. Hören Sie mal genau hin, Herr Oberleutnant. Messner verstand das alles nicht. Verdammt, was soll das getue, Herr Friesner? Wir sind nicht auf dem Indianerpfad. Ich erwarte von Ihnen eine ordnungsgemäße Meldung, wenn Sie mich schon hierher scheuchen. Dabei streifte seinem Blick die beiden MG-Schützen, die hinter ihm an der Grabenwand lehnten und angestrengt zu lauschen schienen. Bevor er seinem Unmut weiterhin Luft verschaffen konnte, sagte der Leutnant, jetzt wieder. Messner sah ihn fassungslos an. Verhaftig, murmelte er dann. Das sind Pferde. Hört er sich an wie Viren. So ist es, Herr Oberleutnant, antwortete Friesner. Das geht schon eine ganze Weile so. Der Oberleutnant kratzte sich nachdenklich am Kinn. Es müssen mehrere sein. Was schließen Sie daraus? Der Leutnant zuckte die Schultern. Ich weiß nicht recht, entweder sind es Pferde, die durchgebrannt sind, oder im Sonnenblumenfeld steckt russische Kavallerie. Könnte sein, legte Messner den Blick immer noch auf das Feld mit den Übermannshohen Sonnenblumen gerichtet. Dann befahl er, erhöhte Alarmbereitschaft, alle Männer sofort in die Gefechtsstände. Als der Oberleutnant auf dem Rückweg zu seinem Gefechtsstand beim ersten Zug vorbeikam, ließ dauernder Hufschlag die Erde erzittern. Messner fuhr herum und er startete. Sowjetische Kavallerie brach aus dem Sonnenblumenfeld hervor. Im breiter Front ritten sie heran, Reihe hinter Reihe, wie im Manöver. Messners Stimme überschlug sich, als er schrie, Feuer frei bei 200! 70 Rotarmisten des ehemaligen Grenzregiments 25, die sich Major Sunderland angeschlossen hatten, preschten auf die Kolchose zu. Weit nach vorn über den Sattel gebeugt, schwangen sie ihre blitzenden Säbel, brüllten sie das schaubrig-grelle Uäh! Unter den Hufen der Pferde angetrieben von brutalen Peitschenhieben, Stoben, Staubwolken auf ließen Mann und Reiter für Sekunden darin verschwinden. 300 Meter, 200 Meter. Die krummen Kosakensäbel der Reiter kreisten wie Blitze um die Köpfe. Der Kampfschrei übertönte das dumpfe, trommelnde Stakkato der über die ausgedörrte Erde wirbelnden Hufe. Dann schlug der Tod zu. Die deutschen Maschinengewehre hämmerten, Gewehrsalven krachten. Die ersten Reiter der angreifenden sowjetischen Kavalerie wurden aus den Sätteln gefickt. Pferde stürzten schrill wie an zu Boden, schlugen mit den Beinen um sich und begruben manchen Reiter unter sich. Die Maschinengewehre ratterten weiter, schickten tausendfachen Tod in die Angriffsreihen. Die zweite, dritte Welle wurde niedergemäht. Verwundete bäumten sich auf der Erde, Kommandos gelten. Oberleutnant Messner, der vom Gefechtsstand des zweiten Zuges aus das blutige Massaker beobachtete, war immer noch fassungslos. Die müssen verrückt geworden sein, murmelte er. Ihr Kommandant hat wohl den Verstand verloren. Der obergefreite Nering wollte an seinem MG eben einen neuen Gurt einlegen. Hör auf, hör auf, schrie sein Schütze Zwei, der gefreite Lorenz. Das ist der Furchtbar, ich kann es nicht mehr sehen. Nering nahm den Finger vom Abzug und nickte. Meinst du, mir geht's anders? In diesem Augenblick geschah etwas, was noch ungeheuerlicher und unfassbarer war, als das eben erlebte. Aus dem Staubschleuer tauchten plötzlich Rotarmisten auf. Auch sie kamen aus dem Sonnenblumenfeld. In Gruppen von zwanzig, dreißig Mann stürmten sie auf die Kolchose zu. Und wieder brandete das markerschütternde Uräh in den Sommerhimmel. Mit aufgepflanztem Bayonett rannten die Todgewalten gegen die deutsche Stellung, sprangen über die Toten hinweg, kümmerten sich nicht um die Verwundeten. Ohne einen Schuss abzugeben, liefen sie in ihr Verderben, mitten in das rasende MG-Feuer, wie vorher die Kavalleristen. Als sich die ersten Reihen lichteten, verließ einige der Mut und sie warfen sich zu Boden. Andere machten Kehrt. Aber da stand ein Offizier, die Maschinenpistole an der Hüfte und trieb sie weiter. Sein greller Schrei riss die Mutlosen und Verängstigten vom Boden hoch, trieb sie in das vernichtende Feuer des Gegners. Sie gehorchten und stürmten weiter, bis sie von einer MG-Gabe niedergesteckt wurden. Doch dann erkannten die Letzten das Unsinnige ihres Tuns. Sie hörten auf kein Kommando mehr. Wie gehetzt liefen sie kreuz und quer über das freie Gelände. Aber sie ergaben sich nicht. gelang es, diesen zu erreichen. Der Sumpf wäre für sie ohnehin keine Rettung gewesen. Wer in diesen metertiefen Morast geriet, versank in Sekundenschnelle. Inmitten des Chaos aber stammt immer noch der russische Offizier. Eine einsame, verzweifelte Gestalt. Niemand schoss auf ihn. Er stieg jetzt über die Leichen seiner Soldaten hinweg und ging langsamen Schrittes auf die deutsche Stellung zu. Als er sich dem NG-Stamm des obergefreiten Nering bis auf etwa fünfzig Schritte genähert hatte, blieb er stehen, richtete sich in den Schultern auf und schrie etwas. Nering starrte den russischen Offizier an, sah auf die erdbraune Uniform, den runden Stahlhelm und die faltigen Juchtenstiefel. »Mann«, sagte er zu seinem Schützen zwei, »ist das denn wirklich wahr?« In diesem Augenblick hob der Offizier den Lauf seiner Maschinenpistole gegen die Brust und drückte Er sank langsam in die Knie, ein Sturzbach von Blut floss aus seinem Mund. Es war das Ende eines unfassbaren Dramas. Auf dem Schlachtfeld lagen neunzig tote Rotarmisten und zehn Schwerverwundete, der Rest war in den Sumpf in den sicheren Tod gesprungen. Nur sieben Pferde überlebten. In Oberleutnant Messners Gesicht stand blankes Entsetzen. Das, was ich eben hier abgespielt hatte, konnte ein normaler Menschenverstand nicht fassen. Warum hatte der sowjetische Kommandeur seine Leute in den Tod gehetzt? Warum hatten die Russen nicht einen einzigen Schuss abgegeben? Und dann richtete der Major sich auch noch selbst. Wer sollte das begreifen? Wenig später fand man die Erklärung für das Verhalten der Russen. Bei der Bergung der Toten, die man wegen der Gluthitze und der damit verbundenen schnellen Verwesung nicht liegen lassen konnte und sie deshalb im Sumpf versenkte, entdeckten die Lanzer, dass die Rotarmisten keine einzige Patrone im Lauf hatten. Der Angriff auf die Kolchose war demnach eine Verzweiflungstat gewesen. Nur mit der blanken Waffe in der Hand hatten sie versucht, die deutsche Stellung zu überrennen. Der helle Wahnsinn, ein sinnloses Sterben. Noch während die Leichen geborgen und die Verwundeten in den Stützpunkt gebracht wurden, sorgte noch einmal eine Empie-Garbe aus dem Sonnenblumenfeld für Aufregung. Als Oberleutnant Messner einen Dreimann Stoßtrupp los schickte, fand dieser noch einen Toten. Es war ein Offizier, der sich ebenfalls das Leben genommen hatte. Obwohl dieses schaurige Geschehen der Kompanie keine Verluste eingebracht hatte, dachte keiner an einen Sieg. Aus Sicherheitsgründen ließ Messner das Sonnenblumenfeld in einer Tiefe erhielt, klang im Bialowiezer Forst Gefechtslärm auf. Maschinengewehre ratterten, Maschinenpistolen bellten. Für Oberleutnant Messner war dies das Zeichen, dass die Regimenter der 78. Infanteriedivision auf Feind gestoßen waren. Die in den Urwald geflüchteten Russen stellten sich vermutlich zum Kampf. Der zeitweilige Gefechtslärm im Bialowiezer Forst war aber nicht das Ergebnis einer Feindberührung. Die Schießerei veranstalteten Kameraden, die sofort schossen, sobald sich etwas bewegte, ein Ast verräterisch knackte oder aufgescheuchtes Wild flüchtete. Das zweite Bataillon des Infanterie-Regiments 215 hatte die Angriffsspitze übernommen. Als Voraussgruppe trat die zweite Kompanie des Oberleutnants Ferguson an. 500 Meter vor der Einheit bahnte sich der Zehn-Mann- starke Spät-Trupp des Oberfeldwebels scharf den Weg durch den Urwald. Die Kompanien marschierten in Schützenkette. Abstand von Mann zu Mann etwa zehn Meter. Von Marschieren konnte freilich keine Rede sein. Man stolperte mehr, als man ging. Gegen dieses Gelände war der Hindernisgarten in der Kaserne der reinste Kinderspielplatz. Viele umgestürzte Baumriesen versperrten den Weg. Ein andermal hieß es, durch meterhohes dicht gewachsenes Gestrüpp zu kriechen. Die Männer keuchten unter der ungewohnten Anstrengung, Sturmgepäck und Waffen. Gewehre, Maschinenpistolen, Handgranaten, Munitionskästen und MG drückten wie eine Zentnerlast. Das Schlimmste aber war die feuchte Schwüle im Wald, die das Atmen zur Qual machte. Nass von Schweiß mit brennenden Augen rangen die Grenadiere nach Luft. Nach zwei Kilometern Kräfte zehrenden Marsches, entlang der einzigen Waldschneise, die den Forst von Ost nach West durchschnitt, begriff der letzte Mann, welches Martyrium ihnen bevorstand. So mancher erinnerte sich an die Worte des Kompaniechefs, als er vor Angriffsbeginn sagte, Männer über eines seid euch klar, alles, was ihr bisher an beschissenem Gelände erlebt habt, könnt ihr vergessen. Dieser Bialowiezer Forst ist keine Parklandschaft, das ist widerwärtigster Walddschungel, wie man da kämpft, weiß ich auch nicht, das haben wir nicht gelernt, wir müssen also, wenn's drauf ankommt, schnell umdenken und umlernen. Die meisten hatten in sich hineingegrinst. Natürlich würde sie kein Park erwarten, das war doch sonnenklar, aber solche Sprüche wie, das könnt ihr alles vergessen, naja, der Alte überzog mal wieder, malte den Teufel an die Wand, wo es vielleicht gar keinen gab. Doch jetzt, nach zwei Stunden Marsch, sahen sie ein, dass ihr Chef nicht aber noch schlimmer als die körperliche Anstrengung war die Stille im Wald. Das zerrte an den Nerven. Verdammt, wo waren die Russen? Über siebentausend sollten sich angeblich im Forst versteckt halten. Es gab nicht wenige, die es für wahrscheinlich hielten, dass die Russen gar nicht daran dachten, aus ihrer Deckung heraus zu kommen. Oberfeldwebel Scharf war abzuschneiden. Beim Nachbarregiment tackerten Maschinengewehre. Ganz vereinzelt krachten Gewehrschüsse. Minuten später herrschte wieder Stille. Da haben welche die Nerven verloren, dachte Scharf. Von hinten hetzte ein Kompaniemelder heran, völlig außer Atem, das Gesicht war von herunterhängenden Ästen und Zweigen zerkratzt und schweißbedeckt. Oberfeldwebel Scharf blieb stehen. Was gibt's? fragte er gereizt. Anfrage vom Chef, warum es nicht schneller vorangeht, keuchte der Melder. Es sieht doch ein Blender, antwortete Scharf wütend, oder geht ihr dahin in einem Schlossgarten spazieren? Sag dem Chef, alles sei in bester Ordnung, und wenn wir auf Feind stoßen, hört er es hier, alles klar? Ja, schon, sagte der Melder, aber der Oberleutnant ist nervös, er bekommt auch über Funk Anfragen, warum es nicht vorangeht. Scharf schob den Stahleim in den Nacken und wischte sich den Schweiß aus dem Gesicht, dann sagte er, am besten wird sein, wenn der Chef das Funkgerät einfach abstellt, und nutze Schluss. Der Melder nickte, natürlich würde er sich hüten, Scharfs Vorschlag an den Chef weiterzugeben. Er verschwand eilig in den Büschen. Diese Armleuchter da hinten, dachte Scharf hüten, alles wüssten sie nicht selbst, wie schwer man sich tat. Nichts ging ihnen schnell genug. Und wer hielt den Kopf hin? Die doch nicht! Nach einer weiteren halben Stunde, in der nichts geschah, machte plötzlich der obergefreite Kaja schlapp. Er warf seine Maschinenpistole auf den Boden und hockte sich nach atemringend daneben. Als Scharf es bemerkte, näherte er sich dem Obergefreiten in der Absicht, ihm gut zuzureden, ihn aufzumuntern. Na los, Kaja, auf die Beine, sie wollen doch nicht schlapp machen, also vorwärts, sie schaffen es schon. Das Obergefreiten Reaktion war äußerst überraschend. Er stand nicht etwa auf, sondern sprang förmlich in die Höhe, als hätte man ihn mit einer Nadel gestochen. Am ganzen Leib zitternd begann er zu fluchen. Aber das war man von ihm gewöhnt. Außerdem gab es eine Vorgeschichte, die jeder in der Kompanie kannte. Im Frankreich-Feldzug war Kaya sieben Stunden lang in einem Unterstand verschüttet gewesen. Im letzten Moment konnte er befreit werden. Man schaffte ihn ins Lazarett. Acht Tage später tauchte er wieder bei der Truppe auf. Keine Nachwirkungen durch die Verschüttung festzustellen, hatten die Ärzte diagnostiziert. Seitdem waren Kajas Nerven jedoch ziemlich angekratzt. Er drehte aus nichtigem Anlass durch, legte sich mit Vorgesetzten an, verlor schnell die Kontrolle über sich. Andererseits war er ein hervorragender Soldat, der nicht umsonst mit beiden eisernen Kreuzen anzuschlagen, forderte der Oberfeldwebel Kaja auf. Nun komm schon, wir müssen weiter. Er legte kameradschaftlich seinen Arm um die Schulter des Obergefreiten, doch dieser fing zu brüllen an. Was haben sie mir schon zu sagen? Ich marschiere noch, wenn sie längst alle Vierer von sich strecken. Ich marschiere noch, wenn sie und alle diese Ärsche hier und dabei beschrieb er mit dem Kopf einen Kreis längst in die Knie gegangen sind. Mit bebenden Händen streifte er sein Sturmgepäck über und hob die Maschinenpistole vom Boden auf. Und im Übrigen fuhr er fort, aber diesmal schnitt ihm scharf das Wort ab. Jetzt reicht's, Kaja, halt den Mund! Aber der Obergefreite ließ sich nicht einschüchtern. Ich werde in diesem gottverdammten Wald marschieren, schrie er, bis ich tot umfalle. Da braucht weder ein Offizier noch ein Feldwebel zu quatschen, und wenn ich umfalle, bin ich ihrer Leiche allemal noch zehn Meter voraus. Sorgen Sie sich bloß nicht, dass ich schlapp machen könnte. Er stapfte hinter den anderen dreien, die genüsslich vor sich hingrenzten. Oberfeldwebel scharf überlegte. Solch ein Tobsuchtsanfall konnte im ungeeigneten Moment schlimme Folgen haben. Was sollte er tun? Es gab nur zwei Möglichkeiten. Entweder man überging die Sache mit Stillschweigen oder man statuierte ein Exempel. Nach der Militär Strafgesetzordnung hätte er Kaya festnehmen und beim Kompanie Chef Tatbericht einreichen können. Doch er ließ es auf sich beruhen, nahm sich aber vor, Kaya zukünftig bei gefährlichen Stoß oder Spähtrupps nicht mehr einzusetzen. Und noch immer keine Spur vom Feind, was den gefreiten Schauer zu der bissigen Bemerkung veranlasste. Ist der was? Der Ivan sitzt gar nicht im Wald. Der hockt in den wenigen Ortschaften bei den Weibern und grinst sich eins. Schnapp zerhalten! Pfiff ihn scharf an. Schauer zuckte die Schultern. War nicht so gemeint, Herr Oberfeldwebel, aber ich wette, dass wir keinen Ivan zu sehen kriegen. Wenn überhaupt welche im Wald sind oder nicht schon längst abgehauen sind. Weiter, verdammt, macht schneller, drängte der Oberfeldwebel. Na schön, brummte der gefreinte Schauer, meinetwegen schinden wir uns weiter durch diesen verfluchten Scheißwald. Er packte wütend seinen Karabiner und schlug mit dem Kolben einen herunterhängenden Ast ab, der ihm im Weg stand. In diesem Augenblick zerriss eine MG-Gabel die Stimme. Reihenweise patschten Geschosse gegen die Bäume, fetzten ins Unterholz. Volle Deckung, schrie Oberfeldwebel scharf. Die Hölle brach über dem Spähtrupp heran. Aus dem einen MG wurden zwei, dann drei. Gewehrschüsse krachten, Handgranaten explodierten. Verdammt, wir sind auf eine Sperre aufgelaufen, schoss es scharf durch den Kopf. Erneut detonierten vor ihnen Handkram. Die Entfernung zum Feind konnte nicht mehr als zwanzig, dreißig Meter betragen. Aber wo steckten die Russen? Kein Mündungsfeier war zu erkennen. Verflucht, wie konnte das passieren? Überlegte der Oberfeldwebel. Leichtsinn, der pure Leichtsinn. Man war sorglos geworden, hatte sich durch die Stille im Wald einlullen lassen. Jetzt hatten sie die Quittung bekommen. Der gefreite Beckerat, der neben Schauer hinter einem Meter bei den Weibern wie? Die letzten Worte verschluckte er fast, weil eine MG-Gabe Handbreit über ihn den Stamm der Eiche aufsägte. Der Feuerüberfall auf den Spähtrupp wirkte wie ein Signal. Schlagartig begannen jetzt auch beim Nachbarregiment die Waffen zu sprechen. Pack bellte. Russische und deutsche MG wechselten sich in furioser Feuerfolge ab. Dazwischen wummerten Handgranatenexplosionen. Scharf drehte sich zur Seite, Kompagnie, sagt der Scharf, sind auf Feind gestoßen, beschussed durch mehrere MG. Vermutlich liegen wir vor einer Sperre. Der Gefreite nickte und verschwand, rückwärts kriechend zwischen dichten Errenbüschen. Die russischen MG hämmerten weiter. Querschläger sirrten und fahrten durch die Luft. Scharf's Männer lagen bewegungslos, zogen die Köpfe ein. Der Oberfeldwebel überlegte. Sollte er das Feuer erwidern? Spätro fiel zu schwach. Noch während der Oberfeldwebel verzweifelt nach einem Ausweg suchte Pfiff haarscharf an seinem Kopf eine Gewehrkugel vorbei und patschte in den Baumstamm hinter dem er lag. Scharf rollte zur Seite, nahm hinter einer Buche Deckung. Keine Sekunde zu früh. Dort, wo er eben noch gelegen hatte, schlug erneut eine Kugel ein, klaffte im Baumstamm in Brusthö ein Loch. Jetzt wusste Scharf sie sich ihre Ziele aussuchen. Und da war es auch schon passiert. Auf allen Vieren kriechend robbte Scharfs Stellvertreter Unteroffizier Sauter heran. Bernheimer hat's erwischt, meldete er Kopfschuss, mitten in die Stirn. In den Bäumen hocken Scharf Schürzen, Herr Oberfeldwebel. Was Sie nicht sagen, hörte Scharf, wo liegt der Tote? Krause und Sieghardt haben ihn schon zurückgebracht. Scharf nickte. Gehen Sie suchte die Baumwipfel ab. Aber er konnte den oder die russischen Scharfschützen nicht ausmachen. Dafür krachte es zum dritten Mal. Die Kugel schlug um Haaresbreite neben Scharfs Kopf in den Baum. Verdammt! fluchte der Oberfeldwebel. Verdammte Scheiße! Dem Scharfschützen musste doch Handwerk gelegt werden, bevor er noch mehr Schaden anrichten konnte. Aber wie das anstellen? Jetzt erst bemerkte Scharf, dass nur noch ein russisches MG schoss. Dafür nahm beim Nachbarregiment der Gefechtslärm zu. Ein Geräusch ließ Scharf zusammenzucken. Blitzschnell brachte er die Maschinenpistole in Anschlag. Da hörte er eine ihm wohl bekannte Stimme. Ich bin Sky, Herr Oberfeldwebel. Nicht bewegen! Ich glaube, ich habe das Schwein entdeckt. Stecken Sie doch mal Ihren Stahlhelm auf den MP Lauf und halten ihn ein bisschen hoch. Vielleicht fällt der Mistkerl auf den Trick herein. Die nächste Kugel schlug in Schulterhöhe in dem Baumstamm. Hinter dem Scharf Entdeckung lag. Na machen Sie schon, drängte Kaya. Ausgerechnet Kaya, dachte Scharf. Noch vor einer halben Stunde schrammte dieser verdammte Bursche an einem Tatbericht vorbei. Und jetzt war er wieder der alte Kampf erprobte Haudegen und wieder voll drauf. Der Oberfeldwebel kannte natürlich den Trick mit dem Stahlhelm. Er fehlte in keiner infanteristischen Grundausbildung. Die Frage war nur, ob die Russen ihn nicht auch kannten. In diesem Fall brauchte der russische Scharfschütze nur einen halben Meter tiefer zu halten. Nur ein paar Zentimeter nicht mehr, sagte Kaya ungeduldig. Scharf am Boden auf. In diesem Moment, vielleicht den Bruchteil einer Sekunde später, peitschte ein zweiter Schuss. Kaya hatte geschossen. Als scharf den Kopf hob, sah er, wie in einer Entfernung von vielleicht siebzig Metern von einem Baum herab ein Körper durch die Luft segelte, sich mehrmals überschlug, krachend auf einem starken Ast aufprallte und dann wie ein Stein zu Boden stürzte. Das wär's, kommentierte der Obergefreinte. Der geht keine mehr von uns an die Wäsche. Scharf stieß höher die Luft aus, lehnte sich gegen den Baumstamm. Seine Beine begannen zu zittern und auf dem Rücken und in den Achselhüllen brach der Schweiß aus. Nur allmählich löste sich seine physische und psychische Anspannung. Aber dann hatte er sich wieder in der Gewalt und zu Kaya grinste breit. Werden wir es merken, Herr Oberfeldwebel. Sie wissen ja, Kaya ist immer für was gut. Ihr Gespräch wurde unterbrochen. Hinter ihnen brachen Äste, stampften Schritte durch den Wald. Metall klapperte. Dann rief eine Stimme, ist dort Spätrup Scharf? Es war Feldwebel Barreis mit seinem zweiten Zug, den die Kompanie zur Verstärkung geschickt hatte. Oberfeldwebel Scharf und Feldwebel Barreis besprachen sich. Wie sollten sie vorgehen? Es gab zwei Möglichkeiten. Entweder Frontal Angriff nach einem MG Feuerschlag oder es wurden zwei Gruppen gebildet, wovon die eine versuchen musste, das Widerstands Nest der Russen zu umgehen, um es im Rücken anzugreifen. Aber in diesem Fall bestand die Gefahr, dass man sich gegenseitig behinderte oder sogar beschoss. Die klassische Methode schien Oberfeldwebel scharf zu umständlich zu sein, außerdem durfte keine unnötige Zeit verloren werden. Der Befehl der Kompanie lautete eindeutig und unmissverständlich, Feindwiderstand ist unverzüglich zu brechen. Also was? fragte Feldwebel Barreis. Wir greifen frontal an, Feuer Zusammenfassung und dann nichts wie drauf. Oder hast du einen besseren Vorschlag? Barreis schüttelte den Kopf. Nein, er hatte keinen besseren Vorschlag. Feuerzusammenfassung? Das hörte sich vielversprechend an. Die Frage war nur, auf was oder auf wen sollten sie eigentlich schießen? Vom Gegner war nichts zu sehen, seinen Standort konnte man günstigenfalls ahnen. Die Maschinengewehre wurden in Stellung gebracht, die Grenadiere pflanzten die Seitengewehre auf, steckten sich Handgranaten ins Koppel. Mit Hurra oder ohne Hurra? erkundigte sich einer von Barreis Gruppenführer. Natürlich mit Hurra, sagte dieser. Ende des ersten Teils Fortsetzung auf CD2 Fertigmachen zum Angriff. Auf mein Pfeifensignal stürmen wir los, rief Oberfeldwebel scharf. Aber zum Angriff kam es nicht. Das einzige Russen-MG, das bisher sporadisch geschossen hatte, schwieg plötzlich. Stille trat ein. Dann knackten Äste, Metall klapperte, das Rascheln flüchtiger Schritte. Sie sind abgehauen, sagte Oberfeldwebel scharf. Die Brüder sind alle auf und davon. Was sagst du jetzt? Barreis zuckte die Schultern. Ich traue dem Frieden nicht. Könnte auch ein lausiger Trick sein. Tun so, als hätten sie sich abgesetzt. Und wenn wir losrennen, geht der Zauber von vorne los. Sie warteten. Fünf Minuten. Als sich dann immer noch nichts rührte, gab der Oberfeldwebel den Befehl zum Angriff. Breit gefächert schlichen sich die Grenadiere an das Widerstandsnest heran, die Handgranaten griffbereit, die Seitengewehre aufgepflanzt. Doch nichts passierte. Es gab weder eine Baumsperre noch getarnte Bunker. Es gab nur Bäume, Bäume, Bäume und verfilztes Unterholz. Dann standen sie plötzlich vor einer freigeschlagenen Waldlichtung. Im Zentrum der Lichtung zwölf Schützenlöcher, zwei Meter tief, einen Meter breit, in sogenannten Schusskanälen. Hätte ich es nicht selbst erlebt, glaubte ich geträumt zu haben, sagte Oberfeldwebel scharf verblüfft. Zwölf Mann veranstalten einen Feuerzauber, als verteidige sich ein ganzes Bataillon. Es ist nicht zu fassen. Feldwebel Bareiß, genauso überrascht, pflichtete ihm bei. Ganz schön clever, diese Russen. Da könnten sich unsere superschlauen Taktiker eine Scheibe abschneiden. Größtes Interesse galt den Schusskanälen. Diese Art der Verteidigung kannte man noch nicht, wie überhaupt der sogenannte Waldkampf ein Stiefkind der deutschen Gefechtsausbildung war. Musste der deutsche Infanterist in einem Wald- oder Dickichtgelände kämpfen, legte er feindwärts möglichst breite Schussschneisen an. Alle Geländehindernisse wie hohes Gras und so weiter wurden hierzu beseitigt. Diese Verteidigungstaktik wurde schon im Ersten Weltkrieg auf beiden Seiten praktiziert, besonders in den Wäldern der Vogesen. Aber die Vogesen waren eben nicht der Bialowierzer Forst, dieser gewaltige dschungelartige Urwald. Hier herrschten andere Gesetze. Die Russen machten es anders. Sie errichteten keine Schussschneisen, also Kahlschläge. Sie bauten sich Schusskanäle, meist in einer Tiefe von fünf, sechs Metern. Vorne, feindwärts, wurde das Unterholz nur bis Hüfthöhe gelichtet und der Schusskanal durch Zweige getarnt, die jederzeit beseitigt werden konnten. In diesen Schusskanälen lagen die MG und Gewehrschützen, gut getarnt, für die Gegner praktisch unsichtbar. Und noch einen Vorteil hatte diese Methode. Man sah kein Mündungsfeuer. Als Oberleutnant Ferguson die Schusskanäle inspizierte, wurde er sehr nachdenklich. Das sind ja teuflische Fallen, konstatierte er sachlich. Ich denke, wir müssen rasch umlernen, wenn wir größere Verluste vermeiden wollen. Ferguson informierte das Bataillon, dieses, das Regiment. Das Resultat? Ein feindliche Widerschanznester, wann immer es möglich war, nicht mehr frontal anzugreifen, sondern sie zu umgehen und von hinten aufzurollen. Eine sicherlich kluge Maßnahme. Das sollte sich bald herausstellen, dass die Russen noch ganz andere Trecks auf Lage hatten. Nach dem ersten Feuerwechseln mit dem Feind wurde die Angriffsbreite des ersten Bataillons des Infanterieregiments 215 auf 400 Meter erweitert. Die Kompanien waren tiefer gestaffelt. Eine durch Pioniere verstärkte 14 Mann starke Vorausgruppe der dritten Kompanie erhielt den Auftrag, entlang der großen Waldschneise vorzufühlen, um eventuelle Straßensperren oder Minenriegel zu erkunden. Sowohl die Division als auch das Regiment rechneten fest damit, dass der Russe irgendwo die Schneise sperren würde. Es konnte ihm schließlich nicht gleichgültig sein, wenn die Deutschen die Schneise als Nachschubweg benutzten. Doch seltsamerweise schienen sich die Sowjets für die Waldrollbahn, wie die Forstschneise deutscherseits genannt wurde, nicht zu interessieren. Die Vorausgruppe stieß weder auf eine Sperre noch auf ein Minenfeld. Es war der pure Zufall, dass die Vorausgruppe unter Führung von Unteroffizier Neumann plötzlich auf einen Pfad stieß, der, da keine Fußspuren zu sehen waren, vom Feind offenbar noch nicht benutzt worden war. Neumanns Hoffnung, der Weg würde sich eine längere Strecke an der Schneise entlangziehen, erfüllte sich nicht. Er endete schon nach wenigen hundert Metern vor einer Wand undurchdringlichen Gestrüpps. Hier gab es vorerst kein Durchkommen. Halt! Durch das Glas beobachtete Unteroffizier Neumann sorgfältig das Gelände, konnte jedoch nichts Verdächtiges entdecken. Stille ringsum, kein Gefechtslärm, weder im Angriffsstreifen des eigenen Bataillons, noch bei den Nachbareinheiten. Sollte sich der Russe, wie vielfach angenommen wurde, doch in den sicheren nördlichen Teil des Forstes zurückgezogen haben? Da sagte plötzlich der gefeite Eichner, ein erfahrener Spätruppmann mit einem Ausdruck von Verblüffung in der Stimme, »Sehen Sie mal, Herr Unteroffizier, was da herumliegt.« Er bückte sich und hob eine Handvoll Gewehrpatronen vom Boden auf. Neumann winkte ab, »Na wenn schon, in diesem verdammten Wald werden Tausende von Patronen herumliegen, warum also nicht hier?« Doch Eichner blieb hartnäckig. »Ich weiß nicht, aber das gefällt mir nicht. Es könnte ja sein, dass die Ivans die Patronen absichtlich weggeworfen haben, um uns auf eine bestimmte Spur zu locken.« Neumann lachte, »Menschenskind Eichner, sie mit ihrer blühenden Fantasie!« Da fand ein anderer vor dem Dickicht eine Gasmaskenbüchse voll mit Sonnenblumenkern. Und ein dritter entdeckte am Rand des Buschstreifens ein Loch, das wie der Eingang zu einem Tunnel aussah, der allerdings meisterhaft getarnt war, sodass man schon sehr genau hinsehen musste, um das Loch zu entdecken. Jetzt wurde unter Offizieren Neumann doch misstrauisch. Alles deutete darauf hin, dass sich in diesem Gelände noch vor kurzem Russen herumgetrieben hatten, aus welchen Gründen auch immer. »Friede, Freude, Eierkuchen, wie?« spottete der gefreite Eichner und stülpte seine Unterlippe vor, das sicherste Zeichen, dass er angestrengt nachdachte. Schließlich wandte er sich an Unteroffizier Neumann und meinte, »Wenn Sie mich fragen, hier stinkt's gewaltig.« Neumann nickte, »Sieht fast so aus. Wissen möchte ich nur, was es mit dem Tunnel auf sich hat. Kein Problem. Das sollen wir gleich haben,« sagte der obergefreite Fuchs, der Pionierspezialist Neumann vorbei und trat an das Dickicht heran. »Hey, was hast du vor?« rief Neumann und wollte den obergefreiten zurückhalten, aber der stand schon vor der Hecke oder dem Loch, das wie ein Tunnel aussah und stocherte mit dem Karabinerlauf im Gestrüpp herum. Sekunden später stieß er einen leisen Pfiff aus. »Habe ich's mir doch gedacht, dass da was faul ist.« Zur grenzenlosen Überraschung Neumanns und der anderen hob der obergefreite eine kleine Zwergfichte auf, dann noch eine und noch eine. »Eine künstliche Hecke!« entfuhr es Neumann. »Fuchs, du bist schlauer, als ich dachte.« »Ne, ich bin schlauer,« antwortete der obergefreite und grenzte. »Ich hab nur ein bisschen Fantasie, verstehst du? Ich möchte nämlich meine Rübe noch eine Weile oben behalten. Er schickte sich an, den ganzen Buschstreifen abzuräumen, aber da fiel ihm Neumann in den Armen. »Bist du wahnsinnig geworden? Hände weg von dem Zeug!« Neumann schob Fuchs zur Seite und begann vorsichtig, den Boden vor der Hecke mit den Händen abzutasten, Zweige auseinander zu biegen. »Du glaubst doch nicht, etwa die Ivans haben eine Überraschung versteckt?« fragte Fuchs mit zusammengekniffenen Augen. Neumann winkte ihn heran und deutete auf eine bestimmte Stelle am Boden. »Und was ist das hier? Oberpionier?« Der Obergefreite sah seinen Gruppenführer verblüfft an. »Holst der Teufel! Da haben sie eine S-Mine vergraben!« »Ja,« bestätigte der Unteroffizier, »eine S-Mine. Und wenn du genau hinsiehst, wird dir auffallen, dass die Mine mit Drähten gekoppelt ist. Kommst du an den Draht, fliegt der ganze Mist in die Luft und vergraben war. Von den Russen wurden S-Minen, eigentlich Holzkastenminen, vornehmlich zur Bekämpfung der feindlichen Infanterie verwendet. Diese teuflischen Dinger wurden sie zur Entzündung gebracht, sprangen ungefähr einen halben Meter hoch und verstreuten im Umkreis von rund 30 Metern Stahlkugeln, die entsetzliche Wunden rissen. Am ersten Tag des Russland-Feldzuges war Neumann Zeuge geworden, wie ein Mann auf eine Holzkastenmine getreten war. Dem Unglücklichen waren beide beinahe abgerissen worden. Er verblutete an Ort und Stelle. Neumann hatte noch jetzt die grässlichen Schreie des Verwundeten in den Ohren. Gewarnt durch dieses Erlebnis befahl Unteroffizier Neumann, das Gelände vor dem Buschstreifen nach verborgenen Minen abzusuchen, bevor man dem Geheimnis des Tunnels auf die Spur kommen wollte. Diese Vorsichtsmaßregel wurde dem Spätrupp Feuer in ihrem Rücken eint. Schon die erste MG-Gabe streckte drei Mann tödlich getroffen zu Boden. Zwei weitere wurden verwundet und schrien gellend um Hilfe. Panik brach aus. Jeder versuchte, die nächstmögliche Deckung zu erreichen, wobei niemand wusste, woher eigentlich das Feuer kam. Nur, dass sie von hinten beschossen wurden, darüber gab es keinen Zweifel. Wo aber lagen die MG und Gewehrschützen? Man und den Gehschüss hinein brüllte er so laut, er konnte auf den Bauch kehrt Feuer frei auf die Büsche hinter uns los macht schon Feuer. Die Gruppe schoss blind links in die Büsche zwischen die Bäume einige Waffen Handgranaten ins Gestrüpp pure Verzweiflung sagte und wieder wurden zwei Mann verwundet. Neumann blass vor Wut schrie Kommt raus ihr Ärscher los doch kommt raus Mit einem Mal stellte der Gegner fast schlagartig das Feuer ein Von einer Sekunde zur anderen Nur das Wimmern der Verwundeten war zu hören Sprung auf Marsch Marsch zum Jubelfinale brüllte der obergefreite Fuchs Es sollte ein Scherz sein wenn auch ein Gallen Bitterer aber keiner lachte Alle waren wie gelähmt und rührten sich nicht vom Fleck Minuten verstrichen Es rührte sich nichts Jetzt standen Neumanns Männer vom Boden auf Die Verwundeten wurden notdürftig versorgt Die Toten musste man vorerst liegen lassen Um die hatte sich die Kompanie zu kümmern Neumann hockte sich nieder und zündete sich mit zitternden Fingern eine Zigarette an Er zog Bilanz und die sah verdammt schlecht aus Drei Tote Vier Verwundete Ein zu hoher Preis für einen Auftrag der nur zur Hälfte ausgeführt war Alle aber fragten sich Wie konnte es denn zu diesem Gemetzel kommen Wenig später wurde das Rätsel gelöst Es war zum Haare ausraufen Die Gruppe war erneut diesem miesen Trick mit den Schuss Kanälen aufgesessen Über ein Dutzend dieser teuflischen Fallen fanden Neumanns Männer Sie unterschieden sich von den bisherigen insofern als sie genau Man lief dennoch erst einmal ahnungslos an ihnen vorbei und dann kam der Feuerschlag Verfluchter Bialo wird Zerforst Am Mittag dieses Tages meldete die 78. Infanteriedivision dem Chor Feind stellt sich zum Kampf Die Division irrte sich Der Feind stellte sich nicht zum Kampf Es kam zwar da und dort erneut zu sporadischen Feuer Überfällen Der ein oder andere Stoßtrupp tappte in einen geschickt gestellten Hinterhalt aber von organisierter Abwehr oder gar einem Gegenangriff konnte keine Rede sein Bis dann ein Nahaufklärer der Luftwaffe für Aufregung und Hektik sorgte Der Pilot hatte in der Ortschaft Bob selbstfahler Fetten Popiel Wohl liegt inmitten des Bialoviezer Forstes schwer zu erreichen da alle Zugänge durch den Urwald oder über Sumpf Streifen führten Chor und Divisions Führung waren sich darüber im Klaren dass die Ortschaft Sammelpunkt der versprengten russischen Einheiten war Wahrscheinlich auch Kommandozentrale des Bialoviezer Widerstandes Bei einem Stoßdrupp Unternehmen fiel ein sowjetischer Oberleutnant in deutsche Hände Der Offizier der sich allein durch den Urwald durchschlagen wollte um die Beresina zu erreichen befand sich in einem bejammernswerten Zustand Halbverhungert krank am Ende seiner Kräfte leistete er dem Verhör des Divisions 1C keinen Widerstand Er sagte aus Das Ergebnis bestätigte die Vermutung der Division dass sich in Popiel Lauf der Widerstand organisierte Nach den Aussagen des Gefangenen sammelte ein gewisser Oberst Jaschin ein Offizier der jüngeren Kommandeurs Generation die letzten Truppen aus General Potatourtschefs versprengter Division und Teilen dreier anderer Divisionen um aus ihnen eine kampfstarke Einheit zu bilden Der Kampf wille dieser zusammengewürfelten Truppe sei hervorragend berichtete der Gefangenen Offizier die Rotarmisten seien fest davon überzeugt den Durchbruch nach Osten zu schaffen Verstärkt werde diese Truppe noch durch zahlreiche kleinere Partisaneneinheiten deren Aufgabe es sei ins deutsche Hinterland einzudringen um dort Verwirrung zu stiften und Überfälle auf deutsche Nachschubeinheiten durchzuführen Da an den Aussagen des gefangenen sowjetischen Offiziers nicht zu zweifeln war die Luftaufnahmen ebenfalls ein wichtiges Indiz für die Massierung russischer Truppen in Popjelov waren blieb dem Chor gar keine andere Möglichkeit als die Ortschaft anzugreifen Ein paar tausend bis zum letzten entschlossene Rotarmisten bildeten eine ernste Gefahr für die Flanken der 78 Infanteriedivision Es musste rasch gehandelt werden Noch am Nachmittag des 29 Juni bildete die 78 Infanteriedivision eine Kampfgruppe aus Infanterie 3,7 Zentimeter Pack leichten Feldgeschützen einem Pionierz und einem Spähpanzerwagen Zug mit 5 Zentimeter Kanonen Führer der Kampfgruppe 250 Mann stark war Hauptmann Bennewitz Unterstellt wurde die Kampfgruppe dem 3. Bataillon des Infanterie Regiments 215 Der erste Gegnerische Widerstand stellte sich bereits nach einstündigem erschöpfendem Marsch über krumme unübersichtliche Pfade entlang einer Telegrafenleitung ein als kleinere Partisanengruppen die vordringende Kampfgruppe mit Scharfschützenfeuer aufzuhalten versuchten Die Feuerüberfälle waren tückisch und kamen überraschend Um größere Verluste zu vermeiden und nicht blindlings in Hinterhalte zu geraten griff der Kampfgruppenführer wieder zu dem altbewährten Mittel Stoßtrupps den Gegner frühzeitig in seinen Waldstellungen aufspüren Einer dieser Stoß- oder Spättrupps war der des Feldwebels Matischek Der 19-Mann starke Trupp hatte gerade einen Kahlschlag im Urwald erreicht Frisch gefällte Baumstämme lagen herum da am dort waren noch Feuerstellen zu erkennen Vermutlich sollte hier ein vorgeschobener Stützpunkt der Russen errichtet werden Jenseits des Kahlschlages eine Waldschneise die sich schnurgerade in nordöstlicher Richtung hinzog und nach der Karte soweit dies stimmte bis zur Ortschaft Popielov führte Feldwebel Matischek ließ seine Männer Deckung nehmen die Nähe der Ortschaft und das bisherige Feindverhalten man war ja auf keinen größeren Feind Widerstand gestoßen hatten Matischek vorsichtig werden lassen Irgendwann so überlegte er mussten sie schließlich auf Vorpostenstellungen der Russen stoßen er konnte sich nur schwer vorstellen dass die Ortschaft nicht gesichert Belegungsstellung aber geradezu an Hähnel Jenisch Ball auf in Richtung Schneise vorfüllen einzeln und im Sprung befahl der Feldwebel Unteroffizier Hähnel gleichzeitig winkte der den obergefreiten Scharpe heran Scharpe M.G. hier in Stellung sie übernehmen den Feuerschutz für Hähnel und an die anderen Grenadiere gewand auf mein Kommando sprungweise über einen Kahlschlag Unteroffizier Hähnel nickte seinen Männern zu dann hob er den Arm und sprang auf und Ball auf hinter ihm her Als die drei die Lichtung überquert hatten gab Feldwebel Hähnel dem zweiten Gruppenführer Unteroffizier Brenner den Befehl Los Brenner mit dem Rest der Gruppe hinterher Sie liefen so schnell sie konnten rutschten auf dem glitschigen Waldboden aus rangen nach Atem und hasteten weiter Da Gewehrschüsse Der neben Unteroffizier Brenner herlaufende gefreite Albert stieß einen erstickten Schrei aus torkelte drehte sich um seine eigene Achse Mich hat hörte Brenner den Kameraden rufen dann stürzte Albert viel auf das Gesicht und rührte sich nicht mehr Einen Moment zögerte Unteroffizier Brenner wollte dem Kameraden zur Hilfe eilen aber da pfiffen Gewehrschüsse haarscharf an seinem Kopf vorbei Weiterlaufen Brenner weiterlaufen brüllte von hinten Feldwebel Makischek Brenner gehorchte in dem Befehl Er wusste dass es sein Leben kosten würde bliebe er stehen Ein rascher Blick auf die anderen im Zickzack auf die jenseitige Waldlichtung zu wobei sich alle im Klaren waren dass sie von Baumschützen beschossen wurden Mit dem Doppelglas suchte in dessen Feldwebel Matischek die mächtige dicht stehende Baumwand der gegenüberliegenden Waldlichtung ab Er besaß ein vorzügliches Glas ein Artillerieglas das scharf vergrößerte Aber er konnte die Baumschützen nicht entdecken Mit einem Fluch setzte der Feldwebel das Fernglas ab winkte den obergefreiten Schaber Abstreuen Feuer frei Das M.G. tackerte los die Geschossgaben prasselten in die Baumwipfel rasierten armdicke Äste ab Querschläger zirrten in die Luft Matischek neben dem M.G. liegend beobachtete Vier Mann waren noch unterwegs Weiterschießen brüllte der Feldwebel dem M.G. Schützen zu Der erste Gurt war leergeschossen Blitzschnell legte der obergefreite Schaber einen neuen ein Schoss weiter Stopfen befahl Hengel dann Schaber jetzt laufen Sie ich übernehme das M.G. und gebe Ihnen Feuerschutz Feldwebel Matischek beobachtete die jenseitige Baumfront und wartete auf das verräterische Aufblitzen eines Gewehrschusses Schaber rannte über die freie Fläche ein Mann von kleiner Gestalt 50 60 Meter gleich hat es geschafft dachte der Feldwebel und kein Schuss von drüben die Russen hatten sich wohl abgesetzt etwa 30 Meter hatte der obergefreite noch bis zum Wald ran 15 10 Meter in diesem Moment krachte aber er kam aus dem diesseitigen Waldrand Schaber schien zu trockeln wankte dann stürzte er zu Boden aber er war mit Sicherheit nicht tödlich getroffen das wusste Feldwebel Matischek er hatte Erfahrung und es schon so oft gesehen wie Menschen zu Boden stürzten wenn sie tödlich getroffen waren Schaber hatte getrickst stellte sich tot all diese Gedanken schossen Feldwebel Matischek blitzschnell durch den Kopf aber jetzt ging es um ihn selbst der russische Gewehrschütze lag hinter ihm irgendwo in seinem Versteck und wartete wahrscheinlich nur darauf dass der deutsche jetzt selbst losrennen würde dem Feldwebel brach der Schweiß aus was tun er drehte sich vorsichtig um packte um packte das dass er den Luftsog gespürt hatte dieses mal bohrte sich die Gewehrkugel wenige Zentimeter vor Matischek in den Boden Dreck flog ihm ins Gesicht ein winziger Stein ritzte ihm das linke Augenlid Nun wurde es ernst bitter ernst der dritte Schuss würde vermutlich nicht mehr daneben gehen Matischek musste jetzt alles auf eine Karte setzen es blieb ihm keine andere Möglichkeit als die Flucht nach vorne anzutreten schon deshalb weil der russische Gewehrschütze das wahrscheinlich am allerwenigsten erwartete wieder krachte ein Schuss wieder daneben noch war der Schuss knall nicht verhalter sprang der Feldwebel auf machte drei vier Sätze nach links wo ein gefällter Baumstamm lag im Hechtsprung setzte er darüber hinweg platschte zu Boden schrammte mit dem Gesicht über ein bündel starker Äste der nächste Schuss der russische Gewehrschütze hatte hinter Matischek hergefeuert aber eine Sekunde zu spät die Kugel war in den Meter dicken Stamm gefahren Nun war der Feldwebel zwar in Sicherheit aber er saß auch in der Falle Nachdem der Russe nun wusste dass der Deutsche hinter dem Baumstamm lag würde er diesen keinen Moment aus den Augen lassen Eine fatale Situation Matischek blickte auf die Uhr In spätestens zehn Minuten kam die Kampfgruppe nach und er hatte keine Möglichkeit sie zu warnen In Matischeks Kopf wirbelten die Gedanken durcheinander Das Blut pochte in seinen Schläfen Er überlegte fieberhaft was er tun konnte um diese gefährliche Situation zu meistern Zum Glück gab es noch andere die sich den Kopf darüber zerbrachen wie dem Feldwebel geholfen werden könnte Unteroffizier Hänel hatte sich bereits einen Plan zurechtgelegt um seinem Stoßtrupp Führer Luft zu verschaffen und den heimtückischen Gewehrschützen hereinzulegen Hänel besprach sich kurz mit seinen Leuten und Unteroffizier Brenner Sie waren mit Hänels Plan einverstanden und versprachen ihm Feuerschutz zu geben oder ihn zu warnen wenn sich etwas Unvorhergesehenes ereignen sollte Hänels Plan war so einfach wie simpel Er gedachte am südlichen Lichtungsrand entlang zu kriechen um wieder dorthin zu gelangen von wo sie aus über die Lichtung gerammt waren Dort lag zudem noch das MG das Feldwebel Matischek liegen gelassen hatte Hänel war der festen Überzeugung dass es ihm gelingen würde das Versteck des russischen Scharfschützen auswendig zu machen vorausgesetzt er schoss weiter nur mit zwei Handgranaten und der 08 Pistole bewaffnet pirschte sich Unteroffizier Hänel auf dem Bauch kriechend am Lichtungsrand entlang es ging alles gut der Scharfschütze bemerkte ihn nicht er war wohl zu die Minuten verrannen Matischek wurde allmählich nervös es musste etwas geschehen er war ein guter und ausdauernder Läufer sollte er es nicht doch wagen einfach los zu rennen da der Feldwebel zuckte zusammen eine ihm bekannte Stimme brüllte rucki werch komm raus Hänel das war Hänels Stimme aber woher kam der so plötzlich raus sage ich dabei dabei immer noch Hänel und dann na endlich Hänel rucki weg und jetzt umdrehen so ist recht Hänel brüllte Feldwebel Matischek Hänel wo sind sie der Unteroffizier antwortete sie können aufstehen Herr Feldwebel ich hab ihn stoi noch ein Schritt und ich Matischek sprang auf stand einen Moment geduckt da weil er Hänel nicht sehen konnte verdammt wo stecken sie Hänel hier Herr Feldwebel antwortete der Unteroffizier und trat mit einem Rotarmisten der die Hände hinterm Nacken hatte aus dem Unterholz hervor es handelte sich um einen noch ziemlich jungen Soldaten der verwildert aussah und mit trotzigem Gesicht näher kam er wurde von Unteroffizier Hänel zur Eile angetrieben dieses halbe Kind hat dich also in solche Verlegenheit gebracht dachte Feldwebel Matischek grimmig vier Mann des Stoßtrupps kamen nun über die Lichtung gelaufen die natürlich sehen wollten wen Hänel da aufgestöbert hatte der junge Rotarmist quittierte die Neugierde der Deutschen mit einem unverständlichen russischen Fluch dann spuckte er den Männern wutentbrannt und verachtungsvoll vor die Füße der obergefreite Schaper ein Hitzkopf wollte ihn daraufhin mit dem Karabiner Kolben schlagen aber Matischek fiel ihm in den Arm lassen sie in Ruhe Schaper ich lass mich von so einem Mist Kalian spucken brüllte setzen während Unteroffizier Hänel den Feldwebel beiseite nahm und jetzt sehen sie sich mal das Ding an in dem der Bursche steckte da staunen sie Bauklätze in der Tat Feldwebel Matischek verschlug es wirklich die Sprache als ihm Hänel das Ding zeigte aus dem der Rotarmist geschossen hatte es war das raffinierteste was der Feldwebel bisher an Tarnung gesehen hatte direkt am Waldrand inmitten eines Busches hatte sich der Rotarmist einen sogenannten Kriechkorb hingestellt der Grundrahmen dieses Gebildes bestand aus daumenstarken Ruten im Rechteck hergestellt und nach Länge und Breite auf den jeweiligen Scharfschützen zugeschnitten über die Längsseiten waren bis zu einer Mittelhöhe von 50 bis 60 Zentimetern sechs bis sieben daumen starke Querböden gespannt und am Grundrahmen befestigt zur Verstärkung des Korbes waren noch sechs Längsruten eingezogen und an den Kreuzungsstellen mit dem der Seite noch mit dem Gelände angepassten Tarnmaterial getarnt war hatte ein Mann bequem Platz ohne gesehen zu werden oder aufzufallen außerdem konnte der Korb mühelos transportiert werden er diente dem Schützen zudem noch als idealer Unterschlupf wenn er sich darunter ein entsprechend tiefes Erdloch grub wie geschickt und unauffällig der Rotarmist seinen Kriechkorb aufgestellt hatte war schon daraus zu ersehen dass jedenfalls daraufhin kaum einen Meter entfernt stand der Mann und hatte das versteckte Rotarmisten nicht gesehen zwischenzeitlich war die Spitzenkompanie der Kampfgruppe eingetroffen der Gefangene wurde überstellt Oberleutnant Seemann ließ den Gefangenen sofort zum Kampfgruppenkommandeur bringen um dort verhört zu werden seine Aussagen konnten unter Umständen für das Regiment von großer Wichtigkeit sein doch dazu kam es nicht ganz plötzlich sprang der junge Rotarmist vom den Haufen und versuchte den schützenden Waldrand zu erreichen wenige Meter davor streckte ihn der Feuerstoß aus einer deutschen Maschinenpistole zu Boden Als Unteroffizier Händel an die Stelle eite wo der Rotarmist im Kugelhagel der MP zusammengebrochen war konnte er nur noch den Tod des Russen feststellen Hauptmann Bennewitz war zwar wenig erfreut darüber dass der Gefangene nun tot war aber daran war nichts mehr zu ändern die Zeit drängte in spätestens einer Stunde musste man die Ortschaft Papier Lauf erreicht haben da das Dorf aller voraussicht nach verteidigt werden würde bestand die Gefahr dass das Tagesziel vor Einbruch der Dunkelheit nicht erreicht werden konnte Hauptmann Bennewitz drängte zur Eile Matishecks Stoßtrupp sollte unverzüglich weiter vorstoßen die Kampfgruppe würde in einem Zeitabstand von einer halben Stunde folgen entgegen der Erwartung die russen würden sich weiterhin an günstigen geländepunkten festsetzen und hinhaltenden widerstand leisten gab es keine feindberührung auch die befürchtung Matishecks der gegner hätte Pfade vermint erfüllte sich nicht schneller als der Feldwebel es erwartet hatte erreichte der Stoßtrupp eine Wegegabel von wo aus es nur noch zwei Kilometer bis zur Ortschaft waren zwei Wege führten nach Popjelov eine Waldschneise und ein gut sichtbarer Trampelpfad Matisheck stand vor der Wahl welchen Weg er einschlagen sollte er entschied sich für die Schneise weil er der Ansicht war dass die Russen die Deutschen mit ziemlicher Sicherheit auf dem Pfad erwarteten und nicht auf der gut überschaubaren Lichtung 30 Minuten später der Stoßtrupp stand am Rand eines schmalen Sumpfgürtels der Er kam zurück und meldete Nicht zu durchwarten Diese Brühe ist mindestens zwei Meter tief Verdammt fluchte Feldwebel Matisheck und war wütend über sich selbst Hätten wir nur den Pfad benutzt Vielleicht würden wir auf ihm den Zugang zur Ortschaft gefunden haben So ein Walddorf besitzt nicht nur einen Zugang gab Brenner zu bedenken Das weiß ich selber antwortete Matisheck gereist Die Das wunderte den Feldwebel nicht Das zur Verfügung stehende Kartenmaterial war wie immer unzuverlässig Inzwischen hatte Unteroffizier Händel auf eigener Faust noch einmal eine Erkundung durchgeführt und konnte mit einer Überraschung aufwarten Ungefähr 100 Meter weiter Ostwärts führt ein Drahtsteck über den Sumpf meldete der Unteroffizier Er führt an einer Stelle über den Sumpf wo mannshohes Schiff wächst Das muss ich mir ansehen entschied Der Drahtsteck war eine ebenso geniale wie einfache Konstruktion Jenseits und diesseits des Sumpfstreifens hatte man jeweils fünf Pfosten in den Boden gerammt und von diesen führten dicke Drahtseile von einem Ende des Sumpfes zum anderen Miteinander waren diese wiederum mit Querhölzern verstrebt so dass eine gewisse Tragfähigkeit entstammt Und genau in der Mitte auf den Querhölzern lagen dicke Bretter die von einem Mann sowohl im Gehen als auch im Kriechen überquert werden konnten Aus der Deckung heraus beobachteten Feldwebel Matiszek und Unteroffizier Hänel das Gelände und den Steg Ich kann mir nicht vorstellen dass dieser Steg nicht gesichert ist argwöhnte Matiszek Glaube ich nicht widersprach Hänel Ich könnte mir eher vorstellen dass dieser Steg so eine Art Fluchtweg für die Russen in der Ortschaft ist Und du glaubst dass dieses Ding tatsächlich einen Mann trägt Ausprobieren sagte Hänel lakonisch Er schnallte sein Koppel ab legte die MP beiseite Dann holte er aus seinem Sturmgepäck ein etwa zehn Meter langes dünnes aber sehr starkes Seil hervor band es sich um den Bauch und drückte Feldwebel Matiszek das Ende in die Hand Wenn ich Zunder kriege springe ich in den Sumpf und sie halten mich am Seil damit Aber wohl war ihm bei diesem Experiment nicht Schon bei der ersten Belastungsprobe konnte Unteroffizier Hänel feststellen dass dieser Steg eine massive Konstruktion war die nicht nur einen sondern auch zehn Mann aushielt ohne dass der Steg ins Wanken geriet Auf dem Bauch kriechend gelangte Hänel bis ans andere Ende des Sumpfes Hier blieb er erst einmal reglos liegen die Pistole in der Hand den Finger am Abzug Als Unteroffizier Hänel keinerlei verdächtige Geräusche hörte Krocher noch einige Meter weiter rollte sich vom Stegbrett ab und glitt auf dem Bauch kriechend ein Stück dem Pfad entlang der direkt ins Unterholz führte Die Versuchung allein weiter aufzuklären war für Unteroffizier Hänel groß Noch dazu bisher alles glatt gegangen war Aber schließlich siegte doch die Vernunft Diesmal aufrechtgehend kehrte er zu Feldwebel Matiszek zurück um diesem das Erkundungsergebnis mitzuteilen Matiszek erfasste sofort die Chance die sich dem Stoßtrupp und nicht nur diesem bot Wir müssen den Stück absichern dann weiter aufklären und der Kampfgruppe Bescheid geben wandte er sich an Unteroffizier Hänel und fügte hinzu Im übrigen Hänel das hast du prima gemacht Ich hab nur Dusel gehabt antwortete dieser im Pfad und nicht die Schneise benutzt Ich traue mich fast zu wetten dass wir dort auf Widerstand gestoßen wären Die Sicherung des Drahtsteges wurde von drei Mann mit einem MG übernommen Zwei Melder waren inzwischen zur Kampfgruppe zurückgeschickt worden Mit dem Rest des Stoßtrupps klärte Feldwebel Matiszek gegen die Ortschaft auf Der Fahrt endete nach etwa einem Kilometer vor dem südlichen Ortsrand von Popielov genauer gesagt an einer hundert Meter tiefen Sicht- und Schussschneise die sich rings um die Ortschaft herumzog Abseits des Pfades gedeckt durch dichtes Unterholz beobachteten Feldwebel Matiszek und seine Männer die Ortschaft Sie bestand aus ca. zwanzig Holzhäusern die teilweise zu Bunkern ausgebaut waren Das Dorf war also zur Verteidigung eingerichtet Fast um jedes Haus waren Gräben gezogen Baumsperren angelegt Da und dort konnte Matiszek auch Stacheldraht sperren erkennen Und noch etwas entdeckte der Feldwebel winzige kleine Holzstecker an deren oberen Ende Papierfetzen hingen Die Ortschaft ist vermient stellte Feldwebel Matiszek gar nicht sonderlich erstaunt fest Ansonsten war keine Bewegung im Dorf festzustellen Aus den Kaminen kräuselte auch kein Rauch Was zu der Annahme hätte führen können dass es noch Bewohner im Popielauf gäbe Ob Schaper seinen Stoßtrupp Führer Wenn ich das wüsste antwortete Matiszek achselzuckend Jedenfalls müssen wir uns Klarheit verschaffen Nur wie Schaper unterbreitete dem Feldwebel den Vorschlag auf einen Baum zu klettern Könnte ja sein dass man von oben her sieht unterstrich er seinen Vorschlag Einverstanden Hähne Einen entsprechenden Baum zu finden war kein Problem Die Exkursion lohnte sich Aus ungefähr zwölf Metern Höhe konnte der Obergefreite ungehindert die ganze Ortschaft einsehen Zuerst entdeckte Händel keinerlei Leben in Popielov Doch dann sah er am westlichen Ortsrand mehrere Gestalten die einen Gegenstand schleppten Es war ein Maxim Gewehr Das MG wurde in der Nähe einer Blockhütte in Stellung gebracht mit Zweigen getarnt Wenige Minuten später rannte ein Rotarmist in eine der Blockhütten kam wieder heraus und verschwand in Ortschaft von Rotarmisten die mit Gewehren und Maschinenpistolen bewaffnet in die Gräben stürzten Das Gespenste voran der ganzen Sache war dass alles lautlos vor sich ging Kein Kommando keine Rufe Dafür wurde ein zweites Maxim Gewehr in Stellung gebracht und zwar am östlichen Ortsausgang dort wo Feldwebel Matiszek mit seinen Männern Entdeckung lag Da Matiszek schon ungeduldig zurückkommen signalisierte kletterte der Obergefreite vom Baum herunter und berichtete was er gesehen hatte Und Sie haben außer den Rotarmisten keine Zivilisten im Ort gesehen wollte Matiszek wissen Nein nur Soldaten Der Feldwebel beschrieb eine kurze Meldung und schickte einen seiner Männer zur Kampfgruppe zurück mit der eindringlichen Mahnung sich zu beeilen Als Hauptmann Bennewitz mit seinem Stab vor dem Sumpfsteg eintraf und die Meldung Feldwebel Matiszeks entgegengenommen der Ortschaft und zweitens war es ratsam und möglich eine ganze Kampfgruppe über den Sumpfstreifen zu schleusen Das würde viel Zeit erfordern Denn mehr als zehn Mann auf einmal konnten auf keinen Fall den Steg passieren Was also tun Fest stand nur eines Popielow musste genommen werden Darüber hinaus war sich Hauptmann Bennewitz im Klaren dass sich die Masse des Gegners keines falls in der Ortschaft befand Feindkräfte Hauptmann Bennewitz blieb keine Zeit sich darüber den Kopf zu zerbrechen er musste handeln und zwar sofort Bennewitz entschloss sich mehrere kampfstarke Stoßtrupps über den Steg zu bringen und mit diesem Popielow anzugreifen In der Zwischenzeit sollten Spähtrupps noch andere Übergangstellen erkunden Drei Stoßtrupps von je 20 Mann wurden gebildet Darunter auch jener des Feldwebels Matiszek Zu jedem Stoßtrupp gehörte eine Granatwerfer Gruppe Die mitgeführte Pack konnte infolge des schwierigen Geländes nicht eingesetzt werden Wie sollte man die Geschütze auch über den Steg bringen Die 3,7 Zentimeter Pack wurden an diesseitigen Sumpfstreifen in Stellung gebracht um den Stoßtrupps Notfalls Feuerunterstützung zu geben falls sich diese zurückziehen mussten 60 Grenadiere gegen einen vermutlich vielfach überlegenen Feind der verteidigungsbereit lag und sich wahrscheinlich bis zum äußersten wehren würde Doch wieder erwarten leistete der Gegner keinen Widerstand Ohne Feindberührung überquerten die Stoßtrupps den Sumpf und drangen auf einem ziemlich breiten Pfad gegen die Ortschaft vor Feldwebel Matiszek hatte mit seinem Stoßtrupp die Spitze übernommen Die beiden anderen Gruppen folgten gestaffelt misstrauisch das umliegende Dickicht beobachtend Doch nichts Die Spannung war kaum mehr zu ertragen Tappte man vielleicht in eine Falle Möglich war alles Die Männer des Infanterie Regiments 215 hatten was die Gefechtstricks der Russen betraf schon böse Erfahrungen gemacht Die drei Stoßtrupps wurden von Oberleutnant Seemann dem Führer der Spitzenkompanie eingewiesen Die Ortschaft sollte von drei Seiten zu gleicher Zeit angegriffen werden Wenn notwendig nach einem Feuerschlag der Granatwerfer Die Entfernung zu den Häusern betrug knapp 100 Meter Jetzt hieß es Pioniere nach vorn Drei Minengassen mussten geräumt werden Eine schwierige Aufgabe denn die abgesteckten Minenfelder lagen im Feuerbereich der russischen Ortsverteidigung MG und Gewehrschützen gingen in Stellung visierten jedes Haus jeden verdächtigen Graben an Kein Erdaufwurf der nicht scharf beobachtet wurde Auf dem Bauch kriechen näherten sich die Pioniere der Minensperre die sich im Halbrund um die Ortschaft legte Wenn in Popielov noch Russen lagen mussten sie spätestens jetzt in Aktion treten Die Spannung erreichte ihren Höhepunkt Würde es den Pionieren gelingen Minengassen zu räumen ließ es der Gegner zu oder schlug er zurück Die erste Pioniergruppe lag vor der mittleren Minensperre platt auf dem Bauch den Kopf eingezogen Feldwebel Matiszek der die Pioniere keinen Moment aus den Augen ließ spürte seine Kehle trocken werden Nun macht schon macht schon stieß er leise hervor Er nahm das Fernglas richtete es auf die Pionier Gruppe die seinem Stoßtrupp eine Minengasse räumen sollte Er sah dass zwei Pioniere vorsichtig mit den Händen den Boden abtasteten nach Zugdrähten suchten die bei unvorsichtiger Berührung eine Ketten Explosion auslösen konnten doch schien es so als würden die Pioniere nicht fündig sie krochen weiter dasselbe Spiel noch einmal wieder nichts Bluff die Minensperre ist ein Bluff er Feldwebel merkte der obergefreite Schaper an der neben Matiszek hinter Menge lag zu dem selben Ergebnis schienen auch die anderen Pioniergruppen zu kommen denn in diesem Augenblick gaben sie mit der weißen Signalflagge das Zeichen keine Minen keine Miene aber vielleicht lagen die woanders um einen Gelände Abschnitt von mehreren hundert Metern nach Minen abzusuchen blieb keine Zeit man musste es jetzt darauf ankommen lassen Stoß Drops vor kam das Kommando von Oberleutnant Seemann mit Leuchtsignal zweimal grün Feldwebel Matiszek riss den rechten Arm um vorwärts auf Marsch Marsch Matiszek stürmte als erster los seine Männer hinter ihm her im Abstand von vier Metern aber noch vor dem Stoßtrupp rammten die Pioniere auf die Ortschaft zu ohne dass auch nur eine einzige Minen in die Luft gegangen wäre noch 30 40 Meter bis zu den ersten Häusern ein Stichgraben gut und gern zwei Meter mit kurzen Befehlen an die erste Häuser Gruppe heran Es war der gefreite Jenisch der mit einem Fuß tritt die Haustür einer Karte aufstieß dann aber geistes gegenwärtig zur Seite sprang In diesem Augenblick hämmerte eine Empie Gabe aus dem Inneren des Hauses Jenisch erschrak zwar mächtig aber Sekunden später hatte er eine Handgranate abgezogen und sie in den Hausflug geworfen Durch die Explosion wurde die halbe Vorderfront des kleinen Hauses herausgerissen Wirbelten Balken durch die Luft prasselten Flammen Im Haus erhob sich Geschrei Gleich darauf stürzten drei Rotarmisten ins Freie deren Uniformen Feuer gefangen hatten Sie versuchten die Flammen zu ersticken indem sie sich auf dem Boden hin und her wälzten Was nun folgte kam für die drei Stoßtrupps nun doch überraschend Fast schlagartig hämmerte und funkte es aus den Fenstern Hausfluren Kellern Handgranaten flogen detonierten Der völlig überraschende Feuerschlag zwang die Stoßtrupps in Deckung und sie sprangen in die ausgehobenen Schützengräben Der obergefreite Schaper versuchte sein MG in Stellung zu bringen Es misslang Scharfschützen aus dem nahen Wald nahmen ihn unter Beschuss Nicht anders erging es den MG Schützen der beiden anderen Stoßtrupps Oberleutnant Seemann blieb keine andere Wahl Er musste dem Befehl geben den Widerstand in den einzelnen Häusern im Nahkampf zu brechen Ein mühsames Unterfangen Die Rotarmisten verteidigten sich mit dem Mut der Verzweiflung Erst als einige Häuser in Brand gerieten und sich eine Rauch und Dunst Wolke über die Ortschaft legte gelang es den Männern der Kampfgruppe sich Anspruch nahm und deutscherseits vier Tote und elf Verwundete kostete In den unversehrt gebliebenen Häusern und Kellern von Popielow fanden die Männer der Stoßtrupps eine Unmenge von Waffen Gewehre Maschinen Pistolen zwei schwere Granatwerfer fünf Kisten mit Minen ein deutsches MG 34 20 Kisten Gewehr und MG Munition Im Gefechtstagebuch des Infanterie Regiments 215 fand der Kampf um Popielow folgender Niederschlag Der Kampf um die Ortschaft P hatte nur örtliche Bedeutung Fein stellte sich nicht wie ursprünglich angenommen mit Masse seiner Kräfte An Ort und Stelle durchgeführte Verhöre ergaben den Hinweis dass sich die Reste der vierten sowjetischen Division und andere Verbände vorzeitig auf den Selvianca Abschnitt zurückgezogen haben Oberst Yashin der Koordinator des russischen Widerstandes im Bialoviezer Forst hatte die deutsche Führung ausgetrickst und den Anschein erweckt die Masse seiner Kräfte in Popielov zusammenzuziehen In Wirklichkeit hatte er sich mit ca. 600 Mann 2 T 26 leichter Artillerie und Raketenwaffen in Richtung Selvianca Abschnitt abgesetzt Von hier aus gedachte er mit gezielten Stößen den Einschließungsring der Deutschen aufzubrechen Der Kampf um Popielov war von deutscher Seite aus gesehen ein 115 nur Verluste eingebracht und den Männern das Letzte an Kraft und Einsatz Bereitschaft abgefordert Generaloberst Guderian Oberbefehlshaber der Panzergruppe 2 beobachtete die Kämpfe im und um dem Bialoviezer Forst mit zunehmendem Missmut Seine Panzer und schnellen Divisionen die Speerspitze der Heeresgruppe Mitte lagen fest standen Gewehr bei Fuß mussten die Rolle einer Wach- und Schließgesellschaft übernehmen wobei sie größte Mühe hatten sich der verzweifelt ausbrechenden Russen aus dem Bialoviezer Forst zu erwehren In einem Telefongespräch mit General Feldmarschall von Bock dem Oberbefehlshaber der Heeresgruppe Mitte beklagte sich Guderian Herr Feldmarschall es kann nicht die Aufgabe von Panzerdivisionen und schnellen Verbänden sein Ausbruchsschlachten zu schlagen das wusste auch Bock aber was sollte er machen das war eben die Kehrseite der Medaille Blitzkrieg gut und recht weit vorpreschende Panzerdivisionen gewannen zwar Raum aber wer sollte diesen absichern säubern halten doch nur die Infanterie aber die Divisionen der 4. und 9. deutschen Armee hingen noch weit zurück Unter glühender Sonne eingehüllt in riesige Staubwolken marschierten die Soldaten auf elenden Straßen und Wegen in kräftezehrenden Eilmärschen aber ein Mensch bewegt sich nun mal nicht so schnell wie ein Panzer- oder Schützenpanzerwagen alles überflüssige Gepäck hatte man ohnehin schon auf Pferdewagen verladen eine Tagesleistung von 60-70 Kilometern war bei den Fußdivisionen die Regel welch eine Leistung wenn man bedenkt dass die Infanteristen auch noch ihre Waffen mitschleppen mussten währenddessen hatten sich die in dem Bialowiezer Forst geflüchteten Reste der 4. sowjetischen Division von ihrem ersten Schock erholt tatkräftige Offiziere sammelten die versprengten Einheiten und nahmen Verbindungen zu Oberst Jaschin auf Widerstandsnester wurden errichtet Minensperren angelegt Scharfschützen in die Bäume geschickt darüber hinaus klopften kampfstarke russische Stoßtrupps die deutsche Einschließungsfront nach Schwachstellen ab fanden sie eine erfolgten in der Regel nur Stunden später Ausbruchsversuche die oft in erbittert geführte Nahkämpfe ausarteten Besonders geplagt von diesen Ausbruchsversuchen war die 29. Infanteriedivision Mott Als Kesselwache eingesetzt kam sie Tag und Nacht nicht zur Ruhe Ihre Front war hoffnungslos überdehnt so dass die Division sich gezwungen sah ihre ganzen Räder und Kettenfahrzeuge zur Überwachung einzusetzen und das kostete nicht nur Nerven sondern auch vor allem Treibstoff Jeder dritte Anruf beim Divisionsstab enthielt die Meldung Benzin geht zur Neige besitzen nur noch eine Tagesration Generalmajor von Boltenstern Kommandeur der 29. Infanteriedivision Mott war am verzweifeln dass es schon seit Tagen keine Verpflegung mehr gab nun gut daran hatte man sich schon gewöhnt aber wenn die Benzintanks leer waren standen alle Räder still dann ging nichts mehr Der Generalmajor setzte sich mit dem Nachschubführer der Armee in Verbindung schilderte eindringlich und drastisch den Zustand der 29. Infanteriedivision Mott Wir bringen noch heute eine Benzinkolon auf den Weg versprach man dort Auf welcher Route? wollte der General wissen Nicht auf der B26 Diese Strecke wird seit gestern pausenlos von russischen Fliegern kontrolliert Der Transport muss auf die Strecke C im Bialowitzer Forst ausweichen Tut mir leid der General aber die B-Strecke ist wirklich zu gefährlich Abladepunkt drei Kilometer Südostwärts Ortschaft Kanovitsi Als Boltensterns 1a vom Routenwechsel erfuhr sagte er nur Wenn das nur nicht in die Hose geht Herr General Der Gefreide Johannes Linsenmeier saß auf dem Kotflügel seines Magirus und trank aus der Feldflasche Tee Sein Beifahrer der Oberschütze Kurt Tinnis stocherte lustlos in einer Ölsardinenbüchse herum Hinter und vor ihnen erstreckte sich die graue Rampe der Transportkolonne 14 Lastwagen voll mit Sprit für die 29. Infanteriedivision Mott Das Dorf in dem die Kolonne wartete bis die Strecke freigegeben wurde hieß Glibika Von hier aus ging es direkt in den Bialowiezer Forst in dem angeblich tausende von Russen saßen versprengte Truppen aber auch Partisaneneinheiten Die Waldbrüder wie die Partisanen mit einer Mischung aus Respekt und Ironie von den Lanzern genannt wurden waren gefürchteter als die Rotarmisten Tückisch grausam listig führten sie einen gnadenlosen Kampf gegen den deutschen Nachschub Sie tauchten meist dort auf wo man sie nicht vermutete schlugen zu und verschwanden wieder Die Versorgungsstaffeln der 78. Infanteriedivision konnten ein Lied davon singen was es heißt gegen Partisanen zu kämpfen Erst gestern wurde auf einer an sich sicheren Route ein Munitionstransport überfallen Vier LKW flogen mitsamt der Munition in die Luft Es gab zwei Tote und fünf Schwerverwundete Das Begleitkommando hatte keine Chance einzugreifen Oberfeldwebel Fischer der Transportführer ging jetzt die Wagenkolonne entlang kontrollierte mit dem Augenmaß Reifendruck und Ladung die wegen der holprigen Wege richtig verstaut sein musste Als er bei Linsenmeiers Wagen ankam blieb er stehen Na, alles in Ordnung? erkundigte er sich Wie viel habt ihr denn geladen? Zehn Fässer mit je 200 Liter Herr Oberfeldwebel antwortete Linsenmeier Fischer grünzte Ordentliche Ladung wie? Hoffentlich kriegen wir sie durch den Wald Übrigens denkt daran wir fahren mit 70 Meter Abstand nicht drunter bleiben und wenn's Zunder gibt nichts wie raus aus der Kiste und weg vom Fahrzeug Der Oberfeldwebel nickte beiden zu ging zum nächsten Fahrzeug Johannes Linsenmeier schraubte seine Feldflasche zu ging zum Führerhaus um seine Maschinenpistole zu kontrollieren die mit angeschwenktem Magazin in der Seitenhalterung steckte Der Oberschütze Tinnis der inzwischen fertig gegessen hatte warf die leere Ölsardinenbüchse ins Gebüsch und trat neben seinen Kameraden Jetzt warten wir schon über eine Stunde nagelte er Linsenmeier zuckte die Schultern Jedenfalls scheint die Patrouille nicht auf Russen gestoßen zu sein Die Schießerei hätten wir gehört Tinnis bedachte den Kameraden mit einem mitleidigen Blick Für wie dämlich hältst du eigentlich die Ewans Die greifen doch keine Patrouille an Die schlagen erst zu wenn die dicken Fische kommen Warum dann überhaupt eine Patrouille wunderte sich Linsenmeier Tinnis der Unsoldat in Person der es nie weiter als bis zum Gefreiten bringen würde aber dennoch ein ausgefuchster Bursche war sah endlich die Möglichkeit mit seinem Wissen zu glänzen Die Patrouille schicken sie wegen der Mienen los klärte er Linsenmeier auf Im Verlegen von S- und T-Mienen sind die Russen wahre Meister verstehst du Bis du so eine Miene findest das kann dauern Das ist wahrscheinlich auch der Grund warum die Kumpels so lange ausbleiben Man müsste den ganzen Wald durchkämmen sagte Linsenmeier nachdenklich Der Oberschütze Tinnis sah seinen Kameraden an als Zweifel er an dessen verstand Soll das ein Witz sein den Wald durchkämmen Dazu brauchst du eine ganze Division und selbst dann kann es dir passieren dass du zehnmal an einem versteckten Ivan vorbeiläufst und ich wette du siehst den immer noch nicht War ja auch nur so ein Gedanke sagte Linsenmeier er musste sich eingestehen dass er noch viel zu lernen hatte Weißt du was über unseren Begleitschutz erkundigte sich Tinnis Linsenmeier nickte Ja die MTW die jetzt auf Patrouille sind fahren mit vorneweg der MTW mit der 3,7 cm Pack der andere mit dem MG am Ende der Kolonne Da sind doch die zehn Mann Begleitinfanterie drin Nicht gerade aufregend meckerte Tinnis und zündete sich eine Zigarette an Vergiss nicht dass wir Fahrer und Beifahrer auch bewaffnet sind gab Linsenmeier zu bedenken Das sind immerhin noch mal 28 Mann mit Gewehren und Maschinenpistolen Falls wir überhaupt zum Schießen kommen sagte Tinnis und nahm einen tiefen Zug Linsenmeier warf unwillkürlich einen Blick auf seinen Magirus der mit 2000 Litern vollgepackt war Da eine Handgranate rein und du zischst ab wie eine Rakete dachte er Aus dem nahen Wald stieg jetzt eine Staubwolke auf Da sind sie sagte Tinnis Dann wird's gleich losgehen Es waren tatsächlich die beiden MTW die auf das Dorf zufuhren Sie verlangsamten das Tempo und hielten an Der Patrouillenführer ein Unteroffizier unterhielt sich kurz mit dem Oberfeldwebel Fischer Der nickte mehrmals dann holte er seine Signalpfeife hervor und setzte sie an die Lippen Der gellende Pfiff scheuchte die träge herumsitzende Männer vom Boden auf Sie rannten zu ihren Wagen und saßen auf Fertig machen zur Weiterfahrt tönte Oberfeldwebel Fischers laute Stimme Er schwang sich in seinen Kübelwagen an dem ein MG montiert war Kolonne Marsch Linsenmeier kuppelte ein und trat aufs Gasspedal Der Wagen machte einen Satz nach Form Der Motor kam auf Touren Die ganze Kolonne legte jetzt am Tempo zu Die LKW verschwanden in einer Staubwolke Tinnis der unruhig auf dem Beifahrersitz hin und her rutschte holte zwei Eierhandgranaten unterm Sitz hervor und hakte sie in seine Koppel ein Die MP legte er quer über die Knie Dir geht wohl schon die Muffe weh? spottete Linsenmeier Tinnis dessen Hände den MP schafft umklammerten knifft die Lippen zusammen Muffe? Hat mit der Muffe nichts zu tun quetschte er hervor Ich bin nur vorsichtig Du bist noch neu in der Branche aber was glaubst du wie schnell du sein musst wenn es kracht Da kommt es auf die Sekunde an sonst bist du ein toter Mann oder eine lebende Fackel Ich weiß wovon ich rede Das ist meine fünfte Fuhre zweimal ging es schon in die Hose Lautes Hupen nahm ihre Aufmerksamkeit in Anspruch Das war Oberfeldwebel Fischer Das Hupen bedeutete Abstand halten Nach zwei Kilometern tauchte die Kolonne in den Forst ein Beiderseits der Waldschneise wucherte dichtes Gestrüpp meist Haselnuss oder Brombeersträucher deren Zweige Finger dick waren und hinter den Sträuchern die Bäume Fichten, Tannen, Eichen Turm hochgewachsen mit mächtigen Stämmen Dazwischen vom Wind entwurzelte Baumriesen wie Linsenmeier noch keine gesehen hatte Dagegen waren seine heimatlichen Wälder in Oberbayern die reinste Parklandschaft Jetzt begriff der gefreite Linsenmeier warum man diesen Urwald nicht durchkämmen konnte Nachdem die Kolonne etwa vier Kilometer zurückgelegt hatte verengte sich die Straße Oberfeldwebel Fischer gab durch Handzeichen das Signal Tempo zulegen Linsenmeier wunderte sich Will der vielleicht ein Rennen fahren? wandte er sich an Tinnis Die Ivans sind auf eine neue Masche verfallen erklärte Tinnis Neuerdings ballern sie nicht mehr einfach drauf los sondern versuchen auf die Trittbretter zu springen Gelingt ihnen das kommst du nicht zum Schluss Die schneiden dir einfach die Kugel durch und bis die Begleitinfanterie heran ist geht die ganze Schoße schon hoch Das ist ja prächtig murmelte Linsenmeier Daher also das Tempo Er nahm sich vor die Straßenränder genau zu beobachten Sie mochten ungefähr einen weiteren Kilometer zurückgelegt haben als Tinnis schrie Hey pass auf gleich kommt eine scharfe Linkskurve Linsenmeier in Gedanken versunken riss im letzten Moment der Steuer herum Der Magirus geriet ins Schleudern doch Linsenmeier hatte ihn schnell wieder unter Kontrolle Da kam auch schon die nächste Kurve runter vom Gas dagegen steuern Es war purer Zufall dass der gefreite Linsenmeier nach dem letzten Kurvenmanöver einen Blick nach vorn warf Was er sah nahm ihm für Sekunden den Atem Auf der Höhe zwischen den Wagen Nummer 3 und 4 ging eine Bewegung durch die dichtstehenden Baumkronen Der Stamm einer hundertjährigen Fichte wirbelte durch die Luft stürzte nach unten und sprang mit einem krachenden Geräusch das selbst der Motorenlärm übertönte am Boden auf und legte sich quer über die Straße Der Wagen Nummer 4 musste so jäh bremsen dass er sich um 180 Grad drehte und die Fahrbahn blockierte Der nachfolgende Wagen konnte nicht mehr bremsen und bohrte sich mit einem splitternden Geräusch in den Vordermann Nicht anders erging es dem Wagen Nummer 5 Laster Nummer 6 kam beim Bremsmanöver von der Straße ab und prallte gegen einen Baum Linsenmeier brachte seinen LKW zwar zum Stehen rutschte aber dennoch mit dem Heck ins Unterholz Jedem war in diesem Moment klar, was die Stunde geschlagen hatte Es erhob sich ein Tumult aus Schreien und Befehlen Linsenmeier der verschreckt wie gelähmt hinterm Steuer saß sah wie Fahrer und Beifahrer absprangen und sich in Deckung warfen Tinnis hatte die Wagentür aufgerissen sich die MP geschnappt Raus aus der Kiste schrie er Gerade als Linsenmeier abspringen wollte ratterten Maschinengewehre Eine MG-Garbe fetzte in die Plane des Magirus Ein Geschoss prallte gegen ein Metallteil und zirpte als Querschläger in den Himmel Linsenmeier riss seine MP aus der Halterung öffnete die Wagentür und hechtete ins Freie Er geriet mit dem Kopf in einen Brombeerstrauch und schrammte sich das Gesicht blutig Die Maschinengewehre hämmerten weiter Wo die Schützen lagen war jedoch nicht zu erkennen Der Gefreite kroch vorsichtig näher an die Straße heran als wenige Zentimeter vor ihm ein Projektil in den Boden ratscht Scharfschützen schoss es ihm durch den Kopf Er bewegte sich nicht lag wie leblos da Ein Rascheln hinter ihm ließ Linsenmeier zusammenzucken Da tauchte neben ihm das Gesicht von Tinnis auf Doch bevor sie miteinander reden konnten ging jetzt auch am Ende der Kolonne der Feuerzauber los Gewehrschüsse krachten Handgranaten explodierten MP gaben Fetzen in die Bäume Die haben uns ganz schön in die Zange genommen keuchte Tinnis Linsenmeier spürte seine Nerven Dabei war es nicht einmal so sehr die Angst vor dem Kampf als vielmehr die Ungewissheit wohl der Gegner steckte Ähnliche Empfindungen hatte wohl auch der Oberschütze Tinnis Verdammt wenn sie bloß aus ihren Löchern herauskämen stieß er zwischen den Zähnen hervor Aber wie ich die kenne werden sie die Spritwagen in die Luft jagen und dann verduften Ja, dachte Linsenmeier Wenn 2000 Liter Benzin hochging verwanderte sich dieser Wald in ein Flammenmeer aus dem es kein Entkommen mehr geben wird Da sie von ihrem gegenwärtigen Standort die Straße nicht einsehen konnten krochen sie ein Stück näher heran Und jetzt sahen sie den Feind Mehrere Rotarmisten umstellten den Wagen Nummer 6 standen lauernd da die Maschinenpistolen im Anschlag Andere machten sich am Magirus zu schaffen Holst der Teufel sagte Tinnis verblüfft Ich dachte wir hätten es mit Partisanen zu tun aber das sind ja Soldaten In ihren erdbraunen Uniformen zusätzlich getarnt mit Zweigen und Grasbüschern unterschieden sich die Russen kaum von ihrer Umgebung Einer der Rotarmisten schraubte den Seitentank des Magirus auf Ein zweiter entzündete eine Pechwackel und stieße in den Tank Ein dritter rannte hinter den Wagen und jagte eine MP-Salve in die Benzinfässer Der Sprit rann heraus überschwemmte die hintere Wagenabdeckung Linsenmeiers Blut rauschte in den Uhren und klopfte in seinen Schläfen Mit einer wütenden Bewegung riss er die MP hoch aber Tinnis fiel ihm in den Arm Bist du verrückt geworden schrie er Du verrätst uns doch nur mit deiner Ballerei und dann machen sie Matsch aus uns Die Wagen sind sowieso nicht mehr zu retten Linsenmeier ließ den Lauf der MP sinken In diesem Augenblick explodierte der Tank des Magirus Dunkelrote Flammen züngelten über die Bordwände Innerhalb von Sekunden stand der LKW in einer pechschwarzen Rußwolke war nur noch eine riesige Glutstelle Diese gottverdammten Scheiben Flusskerle fluchte Tinnis Verschwinden wir von hier schlug Linsenmeier vor Am besten wir schlagen uns zum hinteren MTW durch Da explodierte der Tank von Wagen Nummer 3 Der Druck der Explosion presste sie zu Boden Eine Hitzewelle fauchte über sie hinweg Als sie sich wieder aufrichteten brach aus den Büschen eine rußgeschmärzte Gestalt hervor und schrie Nicht schießen Ich bin's Oberfeldwebel Fischer Der Oberfeldwebel außer Atem und mit zerkratztem Gesicht zeigte mit der Hand zum Kolonnenende Los Jungs Das ist nichts wie weg von hier Da ist nichts mehr zu machen Was ist mit den anderen? wollte Linsenmeier wissen Keine Ahnung Es ging alles viel zu schnell antwortete Fischer Die meisten werden sich wohl verkrümelt haben Dem MTW an der Spitze habe ich den Befehl gegeben sich abzusetzen Und mein Kübelwagen ist auch im Eimer Zwei Handgranaten haben ihn zu Schrott gemacht Verdammt Jetzt sitzen wir in der Falle sagte Tinnis mit bleichem Gesicht Der Oberfeldwebel machte eine unwillige Handbewegung Los! Mehr nach! befahl er Hinter ihnen brannte der Wald Immer neue Explosionen erschütterten die Luft Meterhohe Stichflammen Die Feuersbrunst breitete sich in rasender Geschwindigkeit aus Aus allen Richtungen krachten Gewehrschüsse bellten MP-Gaben Die drei rannten los Keine 20 Schritte vor ihnen stand der Wagen Nummer 10 der noch unversehrt war Rüber zum LKW und dahinter Entdeckung schrie Oberfeldwebel Fischer Doch daraus wurde nichts Eine Schar Russen kam ihnen schreiend entgegen Fischer blieb stehen Feuerte aus der Hüfte Vier, fünf Rotarmisten stürzten zu Boden Die anderen warfen sich in Deckung und erwiderten das Feuer Aber nun schossen auch Linsenmeier und Tinnis In einer längeren Schussfolge wurden die Rotarmisten niedergesteigt Ins Gebüsch brüllte Oberfeldwebel Fischer Doch bevor er zum Sprung ansetzen konnte huschte hinter dem Wagen Nummer 10 eine Gestalt hervor und lief direkt auf den Oberfeldwebel zu Fischer riss seine Maschinenpistole hoch drückte ab Aber es machte nur Klack Das Magazin war leer geschossen Nun schoss der Russe Fischer wurde voll getroffen Er riss mit einem gellenden Schrei die Arme hoch Dann fiel er von über Ein Blutstrom quoll ihm aus Brust und Mund Linsenmeier starr vor Schreck sah wie noch ein zweiter Russe herbeistürzte um seinem Kameraden zu helfen Linsenmeier schoss Es waren seine letzten Patronen Aber der Rotarmist wurde getroffen sank zu Boden Mit einem Satz rannte Linsenmeier um den Lkw herum und warf sich kopfüber in die Büsche Er fiel auf die Knie raffte sich wieder auf und stieß gegen einen Körper Verflucht so passt doch auf hörte er eine Stimme Tinnis Bleib liegen und versuch zu Atem zu kommen keuchte er Ich fürchte wir werden noch weit laufen müssen Tinnis der mit dem Gesicht zur Straße lag machte sich mit dem Lauf der MP eine Schussschneise und feuerte jetzt wieder los Linsenmeier legte sich neben den Kameraden und schwenkte ein volles Magazin an Keine 20 Meter vor ihnen stand Wagen Nummer 10 Auf der Straße wimmelte es von Rotarmisten Einer von ihnen machte sich am Tankdeckel des Wagens Nummer 10 zu schaffen Linsenmeier zielte Schoss daneben Ein zweiter Russe tauchte auf eine brennende Pechfackel in der Hand Tinnis der Wagen schrie Linsenmeier Sie stecken den Wagen in Brand Beide wussten ging der LKW in die Luft waren sie verloren Dem Explosionsdruck und den um sich schlagenden Flammen würden sie nicht entkommen Weg von hier schrie Tinnis seine Augen flackerten Er schien mit den Nerven am Ende zu sein Sie rannten los zwängten sich durch die Büsche stolperten über umgestürzte Bäume Da ging Wagen Nummer 10 in die Luft Linsenmeier blieb stehen drehte sich um eine turmbur grellrote Stichflamme fauchte in den Himmel prasselnder Funkenregen ergoss sich auf Bäume und Sträucher die Feuer fingen weiter weiter nachdem sie den Hochwald erreicht hatten warfen sie sich erschöpft hinter eine Tanne in Deckung über den Wald hatte sich eine riesige rote Flammenwand gelegt die wie ein Fuchsschwanz leuchtete ein Fanal der Zerstörung nachdem sie Atem geschöpft hatten setzten sie ihren Fluchtweg fort und gelangten an eine kleine Schneise da entlang sagte Linsenmeier ich denke die Schneise führt zur Straße zurück doch das war ein Irrtum die Schneise endete schon nach einigen Metern an einem schmalen Pfad der nach Süden abbog also weg von der Straße Tinnis stieß einen Fluch aus so und was jetzt nächste Station ist wohl Sibirien wie das fürchte ich auch antwortete Linsenmeier mit leiser Stimme er hatte den Kopf leicht vorgebeugt für Sekunden keimte in ihm die Hoffnung auf die Geräusche die er vernommen hatte würden die eigenen Leute verursachen geflüchtete Fahrer etwa oder welche vom Begleitkommando aber dann russischer Laute Barsche Kommandos hinlegen flüsterte Linsenmeier seinem Kameraden zu sie gingen hinter einem dicken umgestürzten Baumstamm in Deckung ihre Maschinenpistolen schoben sie in ein Gestrüpp es war besser wenn man sie ohne Waffen fand Tinnis wollte protestieren aber dazu kam er nicht mehr wie aus dem Boden gestampft standen zwei Rotarmisten vor ihnen die Gewehre schussbereit die Gesichter rußgeschwärzt Linsenmeier reagierte schnell erhob beide Hände und stand langsam vom Boden auf Tinnis folgte seinem Beispiel die Rotarmisten schossen nicht einer von ihnen rief über die Schulter einige Worte daraufhin traten noch weitere Rotarmisten hinter den Bäumen hervor ein kleiner untersetzter Mann mit dem Rangabzeichen eines Unteroffiziers am Ärmel trat vor die Deutschen Waffen wo Waffen gerade brächte er und richtete den Lauf seiner Maschinenpistole drohend auf die Gefangenen nichts Waffen sagte Linsenmeier mit fester Stimme nur keine Furcht zeigen schoss es ihm durch den Kopf auf einen Wink des russischen Unteroffiziers wurden Linsenmeier und Tinnis nach Waffen untersucht dann band man ihnen die Hände mit Stricken auf den Rücken der Unteroffizier deutete mit dem Lauf seiner IP in Richtung Straße dabei dabei befahl er eskortiert von vier Rotarmisten traten Linsenmeier und Tinnis den bitteren Weg in die Gefangenschaft an Der Überfall auf die Treibstoffkolonne löste beim Panzerkorps und der Armee fieberhafte Aktionen aus Die Angriffe auf die deutschen Nachschubkolonnen häuften sich vor allem der Nachschub für das Panzerkorps kam ins Stocken Da die außerhalb des Bialoviazer Forstes gelegenen Nachschubwege pausenlos von sowjetischen Jägern und Schlachtflugzeugen angegriffen wurden konnten die Kolonnen nur noch nachts fahren Aber auch das war keine Lösung Denn kaum brach die Nacht herein kamen die Störflugzeuge der Russen und flogen die Nachschubrouten ab Größeren Schaden richteten sie zwar nicht an aber sie zwangen die Munitions- und Benzinkonvois ins Gelände auszuweichen und das kostete Zeit und führte zu Verzögerungen Die Armee musste handeln Die Sicherungsdivision des obersten Vornweg wurde alarmiert Unterstützung der 78. Infanteriedivision dringend erforderlich hieß es in einem Funkspruch Die Antwort Alle verfügbaren Einheiten im Einsatz Wir können frühestens in sieben Stunden ein Infanterie Bataillon abstellen In sieben Stunden Was konnte in dieser Zeit nicht alles geschehen Aufregung herrschte vor allem bei der 29. Infanteriedivision Mott Die Einheiten meldeten keinen Treibstoff mehr Am schlimmsten waren die Spähpanzerwagen Kompagnien dran Da sie pausenlos im Einsatz standen Wann der letzte Tropfen Benzin verbraucht war Eine Katastrophe befand Generalmajor von Boltenstern Die Lage spitzte sich dramatisch zu Kam kein Benzinnachschub konnte die Division ihre Aufgabe als Kesselwache nicht mehr wahrnehmen Was tun? Der Nachschubführer der Division setzte sich mit der links angelehnten 10. Panzerdivision in Verbindung Frage Könnt ihr uns mit Sprit aushelfen? Gegenfrage Wie viel braucht ihr denn? Fürs erste etwa 5000 Liter Der Mann von der 10. Panzerdivision lachte Bald werden wir Tabletten erfinden müssen damit wir Benzin pissen scherzte er Aber Spaß beiseite 3000 könnt ihr haben Ich schicke sofort die Lkw los Aufatmen beim Stab der 29. Infanteriedivision Mott Aber mit Benzin war das Problem nicht gelöst Eines war klar Solange die Nachschubwege der Mott und Panzerdivision die selbstverständlich genau wussten wo die Nervenstränge der deutschen Division blank lagen konnten die gestellten Aufgaben nicht oder nur mangelhaft erfüllt werden Was die 29. Infanteriedivision Mott betraf kam noch der Umstand hinzu dass die im Forst eingeschlossenen russischen Verbände gerade jetzt massierte Ausbruchsversuche unternahmen Sogar Panzer setzten sie ein Kavallerie durchbrach mit selbstmörderischem Mut die schwachen deutschen Sicherungsliebe Da riss dem 1A der 29. Infanteriedivision Mott der Geduldsfahrt Herr General wandte sich Oberstleutnant Franz inzwischen zu diesem Dienstrat befördert So geht das nicht weiter Wir müssen den Russen die Basis für ihre Ausbruchsversuche entziehen und sie im Wald aufstöbern Bis die Fußdivision heran sind können noch Tage vergehen General Major von Boltenstern stimmte seinem 1A zu Das Übel musste an der Wurzel gepackt werden Ihr Vorschlag Herr General ich schlage vor wir bilden eine Kampfgruppe zwei Bataillone des Infanterie Regiments 71 eine Artillerie Abteilung eine Kompanie Heeres Pioniere und die uns unterstellten Panzerjäger der 10. Panzerdivision Wir bilden zwei Stoßkeile mit dem Schwerpunkt Selvianca Abschnitt Von Boltenstern war mit dem Plan einverstanden Zum Führer der Kampfgruppe wurde der erfahrene Kommandeur des Infanterie Regiments 71 Oberst Thomas bestimmt Ein bis ins Detail ausgetüftelter Angriffsplan wurde erstellt und die Armee von dem geplanten Unternehmen verständigt Die Armee signalisierte volle Zustimmung Sie informierte darüber hinaus die 29. Infanteriedivision Mott dass Nahaufklärer im Plan Quadrat 45B größere russische Truppenansammlungen festgestellt hatten Darunter auch ein getarntes Sammellager mit Kommandofunktion P-11112 Verbände werden noch im Verlauf des Tages die feindlichen Truppenmassierungen bombardieren ließ der Stabschef der Armee Oberstleutnant Franz wissen Beim Stab der 29. Infanteriedivision Mott herrschte Zuversicht Was konnte jetzt eigentlich noch schief gehen Die eigene Kampfgruppe war stark genug den Bären in seiner Höhle aufzustöbern und zu stellen So dachte jedenfalls der 1A der 29. Infanteriedivision Mott Bei der Kampfgruppe Thomas kamen Stab, Funker und Melder nicht mehr zur Ruhe Die Vorbereitung für den Angriff lief auf vollen Touren Eine Lage Besprechung jagte die andere Die letzten 1C-Meldungen des Chores wurden ausgewertet brachten aber keine neuen Erkenntnisse Oberst Thomas besuchte die Einheiten und stellte dabei fest dass die Moral der Truppe nicht besser sein konnte Die meisten hatten es satt Kesselwache zu spielen Tag und Nacht die Waldränder zu kontrollieren Der Infanterie Einsatz ging ihnen längst auf die Nerven Sie ahnten zu diesem Zeitpunkt allerdings nicht was ihnen an Strapazen bevorstand was es bedeutete einen gnadenlosen Waldkampf zu führen Zur Überraschung griff mit Das begeisterte machte Mut und hob das Ansehen des Generals Für Boltenstern war der persönliche Einsatz eine Selbstverständlichkeit Als Schüler Guderians handelte er wann immer das möglich war nach dem Leitsatz Die anfängliche Angriffseuphorie verflog indessen rasch Die Männer der Kampfgruppe waren bisher nie gezwungen gewesen in einem Urwald kämpfen zu müssen Jetzt erlebten sie alle Beschwernisse die auch den im Forst fechtenden Infanterie Regimentern auferlegt waren Von einem schnellen Vorstoß konnte schon bald keine Rede mehr sein Es ging nur schrittweise voran Der Kampf mit der Natur forderte den letzten Einsatz an Kraft und Durchhaltevermögen Und die Russen sie stellten sich nicht Kein Widerstand keine Waldsperren keine Minenfelder Oberst Thomas der jede Minute damit rechnete die Funkmeldung sind auf Feind gestoßen zu erhalten wurde von Stunde zu Stunde nervöser Verstehen Sie das Dürr Wannte er sich an seinen Adjutanten Wir marschieren und marschieren ohne dass wir auch nur einen Russen zu Gesicht bekommen Auch General von Boltenstern wurde nervös Was geht da vor sich fragte er seinen 1A Unverwandt den Blick auf die Karte gerichtet fügte er wie im Selbst Gespräch hinzu und ich hätte schwören mögen dass es im Forst von Russen nur so erst 5 Stunden unterwegs Die Zeit verstrich Die neuesten Funkmeldungen lauteten weiterhin keine Feindberührung Die Nervosität stieg von Minute zu Minute Zu allem Überfluss kamen laufend Anfragen der Armee die wissen wollte wie der Angriff verlaufe Die Kampfgruppe hatte genau 11 Kilometer zurückgelegt Da Motorengeräusche aus der Luft Fliegeralarm Schickte der Russe anstelle seiner Infanterie etwa seine IL-2 jene gefürchteten und dickgepanzerten Schlachtflugzeuge die nicht nur über eine starke Bewaffnung verfügten sondern auch Bomben mittleren Kalibers transportieren konnten Hunderte von Augenpaaren suchten den diesigen Sommerhimmel ab soweit durch die Bäume hindurch überhaupt eine Beobachtung möglich war Das Motorengeräusch wurde immer stärker schwoll zu einem sonoren Dröhnen an und da erschienen die Flugzeuge am Himmel kreisten wie Habichte über dem Forst Plötzlich Schreie He 111 das sind unsere Es waren aber keine Freuden sondern Entsetzensschreie denn fünf Maschinen näherten sich im Tiefflug der Kampfgruppe Fliegertücher raus Leuchtraketen weiß raus Zu spät zu spät Die He 111 klingten ihre Bomben aus Volle Deckung Die Bomben pfiffen heuten herab Dann krachende Einschläge haushohe Dreckfontänen Bäume wurden entwurzelt Sträucher durch die Luft gewerbelt Wutschreie der Grenadiere die im Heulen der Motoren und im Bersten der explodierenden Bomben untergingen Erst beim zweiten Anflug merkten die Piloten dass sie das falsche Objekt bombardierten Sie drehten ab wackelten mit den Tragflächen als wollten sie sagen War nur ein Versehen Kameraden hoffentlich ist nichts passiert Wenige Minuten später erzitterte erneut die Erde rauschten wieder Bomben Diesmal hatten sie vermutlich das richtige Ziel getroffen Zum Glück hatte das Bombardement wirklich keinen Schaden angerichtet Es hatte nicht einmal Verwundete gegeben Den Grenadieren saß dennoch der Schreck eine ganze Weile in den Gliedern Dieser Luftangriff hätte bei etwas weniger Glück katastrophale Folgen haben können Es ging weiter Unermüdlich arbeitete sich die Kampfgruppe in zwei getrennten Angriffskeilen nach Westen in Richtung Selvianca Abschnitt vor Nur noch vier Kilometer bis zur Ortschaft meldete Oberst Thomas dem General Dann werden wir ja vermutlich bald auf Widerstand stoßen antwortete von Boltenstern Wer ist vorderste Spitze? Das Bataillon Lebig Herr General Letzte Funkmeldung Bisher noch immer keine Feind Berührung Oberst Thomas hatte kaum ausgesprochen als rasendes MG Feuer einsetzte Sekunden später ploppten Granatwerfer waren die Abschüsse von Artillerie zu hören Das ist beim Bataillon Lebig stellte Oberst Thomas fest Ein rascher Blick auf die Karte Lebig hat wahrscheinlich den Sumpfstreifen von Servianca erreicht Genau so war es Die Spitzenkompanie des Oberstleutnants Bobe hatte gerade gegen den Sumpf vorgefühlt Da ging es los Oberst Thomas lag mit seiner Vermutung richtig Das feindliche MG Feuer kam aus gut getarnten Feldstellungen hinter dem Sumpf Zwei Maxim Gewehre zwangen die ausgeschwärmte Kompanie in Deckung Dann kamen noch zwei weitere MG hinzu die flankierend die Kompanie Bobe mit einem Geschoss Hagel überschütteten Granatwerfer und packt nach vorne und jagte einen Melder zu den Panzer Leiter Von jetzt ab überstürzten sich die Ereignisse Nicht nur das Bataillon Liebig war auf Feind gestoßen Die ganze Kampfgruppe wurde von den Russen mit MG Feuer und Artillerie attackiert Oberst Yashin hatte den Selvianca Abschnitt in eine feuerspeiende Festung verwandelt Seine Kampfeinheiten zwei Bataillone Infanterie 10 Geschütze Feld Artillerie 20 Panzer Abwehr Geschütze und 3 T26 warfen sich der Kampfgruppe Thomas entgegen Aber nicht in einem Linear Gefecht mit fester Verteidigungsfront Was das Bataillon Liebig im Augenblick erlebte war nur ein Teil des Verteidigungsplanes der Russen Yashins Taktik sah vor dass sich die Deutschen an einem bestimmten Punkt festbeißen sollten am Sumpfstreifen von Selvianca Noch während Oberst Thomas seine Kampfgruppe umgruppierte seine Absicht war den Sumpfstreifen zu umgehen den Gegner aus der Flanke anzugreifen schlug der sowjetische Oberst zu Er hatte zahlreiche Kampftrupps im Wald versteckt die auf ein Raketensignal warteten um loszuschlagen das Signal kam drei Leuchtzeichen jetzt brach die Hölle los von allen Seiten wurde die deutsche Kampfgruppe aus dem Hinterhalt unter Beschuss genommen Scharfschützen die auf Bäumen saßen suchten ihre Opfer und fanden sie auch nach knapp einer halben Stunde Feuerwechsel war das Bataillon Liebig von der übrigen Kampfgruppe abgeschnitten Russen in Bataillons Stärke brachen plötzlich auf dem Wald hervor überrammten die dritte Kompanie des Hauptmanns Karg stürzten sich mit Geschrei und aufgepflanztem Bayonett auf die verdutzten Grenadier Es war der blutigste Nahkampf den die Männer der 29. Infanteriedivision Mott bisher erlebt hatten Gnadenlos hieben stachen Schossen Russen und Deutsche aufeinander ein Der Wald halte wieder vom Lärm der Waffen und dem Geschrei der kämpfenden Soldaten Dann der Schock Russische Panzer brachen aus den Wald Schnell hervor und drohten der Kampfgruppe in den Rücken zu fallen Panik erfasste die Deutschen von allen Seiten unter Feuer genommen und jetzt auch noch Panzer Es war Oberst Gottland Franz der die Nerven behielt In Windeseile raffte er an Panzerabwehrgeschützen zusammen was nur greifbar war In kürzester Zeit baute der 1A der 29. Infanteriedivision eine Packsperre auf einen für die T26 unüberwindlichen Riegel der aus 5 cm Geschützen bestand Der Panzerangriff konnte nach halbstündigem Gefecht zurückgeschlagen werden Vier T26 brannten Zwei weitere wurden von Panzern Nahkampftrupps erledigt Dennoch ganze zwei Tage und Nächte dauerten die Gefechte im Selbianke Abschnitt bis Oberst Thomas Herr der Lage war In entschlossen geführten Gegenangriffen wurden Oberst Jaschins Truppen in die Flucht geschlagen niedergekämpft oder gefangen genommen Mittlerweile hatten endlich auch die zurückhängenden Fußdivisionen aufgeschlossen um die hartkämpfende 78. Infanteriedivision zu entlasten Bei einem dieser Entlastungsangriffe wurde ein sowjetisches Sammellager entdeckt in dem die Russen 62 Deutsche gefangen gehalten hatten Es handelte sich bei diesen Gefangenen fast ausschließlich um Angehörige des Nachschubdienstes Opfer der zahllosen Überfälle Unter den Gefangenen die befreit werden konnten befanden sich auch der gefreite Linsen Maier sowie der Oberschütze Tinnis Oberst Jaschim dessen Widerstand im Heeresbericht des sowjetischen Oberkommandos lobend erwähnt wurde fiel an einer Baumsperre die er zusammen mit drei anderen Offizieren verteidigt hatte Der schwere und für beide Seiten verlustreiche Kampf um den Bialoviezer Forst hatte sein Ende gefunden Schon zwei Tage später rollte die 29. Infanteriedivision Mott nach Norden neuen Schlachten und einer ungewissen Zukunft entgegen